Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Roman Stars Podcast zu Chapter 1066 mit mir, Benni und den sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry. Was geht? Ja, hallo zusammen. Mir geht's gut und geiles Chapter. Ich hab Bock mit euch drüber zu sprechen. Ich hab das Gefühl, wir werden auch immer sweeter von Chapter zu Chapter. Es kommen immer mehr sweet, sweet, sweet Boys davor. Absolut, absolut. Irgendwann haben wir so die ersten zehn Minuten, dann können wir die Skip-Marke machen, bei Benni aufwärts. Dann gibt's kein Off-Topic-Talk mehr, dann gibt's nur den Sweet-Talk, der dann einfach in die Länge gezogen wird. Der Sweet-Counter. Ja, Mann. Aber ja, Henry, ich hab auch Bock, 1066, der Wille Oharas. Ich glaub, wir haben alle Bock. Wir haben gerade schon irgendwie viel zu lange ohne Mikro schon drüber geredet. Wir haben eigentlich eine Podcast-Folge aufgenommen. Es war wirklich ohne, dass der Record-Button gedrückt wurde. Aber eigentlich, wir hatten einen schönen Pre-Talk über Schulzeiten, Capri-Sonne, Cafeteria-Preise von irgendwelchen Gebäck und ähnliches. Bis hin zu irgendeiner kleinen Chapter-Besprechung. Deswegen sind wir jetzt auch gerade irgendwie nicht in diesem Off-Topic-Vibe, weil wir das Gefühl gerade schon hatten. Und wir können, glaube ich, direkt mit dem Chapter starten. Ja, ich glaub, da haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade auch nichts dagegen bei der... Aber wir können ja... Sorry. Alles gut, ich wollte nur sagen, ich hab nur ein letztes Wort gesucht für bei diesem, weiß auch immer, krassen Chapter. Ja, ja, ja. Jetzt war ich schon so übermütig, weil es halt eben so ein krasses Chapter ist, wo man so viel besprechen kann. Aber tatsächlich, einen Aspekt haben wir noch gar nicht im Pre-Talk angesprochen. Nämlich die gute alte Cover-Story, die back ist. Und das mit Sicherheit auch für euch Leserinnen und Leser da draußen, mit Sicherheit das Highlight von diesem Chapter war, was ja sonst kaum irgendwelche krassen Infos und Reveals mit sich gebracht hat. Ähm, ja, Volume 23, Extras, nee, ja doch, Extras, Germas Return Home. Mhm. Ähm, ging dann doch jetzt irgendwie schneller als erwartet, ne? Ja, und auch sehr kurz, muss ich sagen, weil sonst sind die Cover-Stories immer so 30 plus Cover irgendwie. Und hier dann 23 wirkt dann irgendwie wenig. Es wird wahrscheinlich auch noch weitergehen, oder? Das ist die Frage, ne? Die haben ja jemanden im Schlepptau scheinbar. Da kann man ja davon ausgehen, dass dann vielleicht noch auf, äh, wie heißt es, wie heißt deren Land? Germa, glaube ich, einfach. Ist es auch Germa? Das Königreich Germa. Auf der Burg halt dort noch vielleicht ein paar Chapter zu sehen sein. Ja, wir haben sie ja hier sozusagen anfliegen, sodass sie da halt alle da sind. Oh ja. Mit Caesar. Genau. Das heißt, ja, wir können wahrscheinlich noch eine Reaser-Judge. Union mit Judge sehen. Oh mein Quatsch, meine Kinder. Der ist nämlich schon vorgegangen, ne? Den hat man ja manchmal in der Cover-Story gesehen. Ich glaube, Judge war so einer, ja gut, Pech gehabt, wir fahren weiter. Und dann sind die anderen zwei so, nein, nein, wir müssen die retten. Und dann, Judge ist dann wahrscheinlich einfach überrascht, weil er wird ja immer halt sehr, sehr emotionslos irgendwie dargestellt. Ja, es ist ja auch, man hat das ja vergessen, will ich nicht sagen, aber es ist jetzt ja schon ein paar Chapter wieder her, wo man die gesehen hat, weil wir ja noch diesen Side-Plot in der Cover-Story hatten mit Pudding und der Blackbeard-Bande. Aber das ist ja so gesehen auch abgeschlossen, weil wir da ja dann schon den, im Chapter dann, diesen, ja, Reveal nochmal bekommen haben. Das wäre jetzt so witzig, wenn im nächsten Chapter wir sehen, wie Judge in seinem Labor ist und er sich so ein Foto von Vegapunk, Queen, von Caesar und sich so anschaut, so als sie damals die Mets waren. Und das Chapter dann die Transition ist, wo Vegapunk darüber redet und oder einfach dasselbe nochmal gemacht hätte. So ein Bild wie bei Team 7 aus Naruto, wo dann Vegapunk irgendwie dem Judge und dem Caesar so auf die Köpfe, die sich beide so, ich hasse dich, angucken. Ja, und Queen dazwischen, der halt einfach so fröhlich wie Sakura reinguckt, das Bild. Und du brauchst immer so diesen leichten Schatten, der so rüber geht, wo so ein Charakter nicht so richtig zu erkennen ist irgendwie, wo man dann weiß, oh, da ist irgendwas Tragisches passiert. So ein fünftes Mitglied. Ja, vielleicht gab es ein fünftes Mitglied von den Mets. Weswegen die sich dann alle zerstritten haben. Das ist der Grund. Naja, der fünfte hat die verraten. So deswegen wurden die dann irgendwie gejagt von der Weltregierung. Wobei ich mich ja frage und da nehme ich jetzt schon ein bisschen hier vom Chapter hinweg, wie Vegapunk auf das Foto gepasst haben soll. Denn der hat ja nicht die Proportion, die der normale, der Otto-Normal-Mensch hat. Ja, da hast du auch Funwandeln fotografiert. Ja, oder aus was für einer Perspektive du es fotografierst, du bist dann halt einfach so mit so einem, ja, wenn du so ein 50mm Objektiv hast, bist du einfach mal so 200 Meter nach hinten gegangen, so, um dann so ihn draufzukriegen. Man erkennt dann so niemanden von den anderen, aber Vegapunks Kopf ist auf jeden Fall drauf. Und dann können wir das ja hier einmal schon direkt kurz erwähnen, der Reveal von Galaxy Brain Vegapunk, der Original mit 43 Jahren hier zuerst im Flashback zu sehen und dann auch nochmal in der aktuellen Zeit mit, lass mich nochmal kurz gucken, wie alt müsste er dann jetzt sein? Plus 22. Plus 22, also 65. Yes. Ne, dann aber ohne seinen mega langen Galaxy Brain Kopf, dafür dann aber mit einem Apfel, äh, wie heißt das denn dann? Ja, so Apfeloberteil, Apfelhaube, die, äh, ja, den armen Stumpf seines Schädels dann sozusagen zu bedecken soll, denke ich mal. Sieht so ein bisschen aus, wie als hätte, hätte Law ihn da so zusammengesetzt. Naja, so ein bisschen, genau. Genau, und er hat Havas Schuhe. Ja, das ist sowieso auch anscheinend eine sehr verspielte Art, ne, wo er direkt Ruffy sagt, ey, du kannst da drauf drücken und dann fliegst du hoch. Ja, Ruffy ist direkt dabei, der Bock. Ja, say, Chopper voll verstört, so, oh mein Gott, was passiert hier? Ja, super, super letztes Bild, muss man einfach sagen. Ja, der Reveal ist halt echt cool, also du kriegst irgendwie, und gerade auch diese Transition mit dem Flashback irgendwie, du kriegst halt die Infos, die du kriegen musst, ne. Du kriegst ihm in der Vergangenheit halt schon sehr ernst irgendwie mit, aber dann in der Gegenwart irgendwie doch verspielt, so ein alter Opa, wie man so ein bisschen auch erwartet hat. Aber trotzdem schön, dass Oda bei Vegapunk nur noch das gerade. Ja, klar. Dass er wirklich sich einfach acht Designs ausgedacht hat für diesen Charakter, ne, also wo man dachte, ja, ja, der Mad Scientist, nein, 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 nein. So, es sind einfach sechs individuelle Designs für seine Satelliten und dann nochmal sein Vergangenheits-Icht und sein Gegenwarts-Icht und das alles innerhalb von so ein paar Chaptern. Ja, wahrscheinlich hatte Oda da auch, ich meine, der Charakter ist ja schon lange bekannt namentlich, aber es hat halt lange gedauert, bis er revealed wurde und wahrscheinlich hat Oda da auch viele so Scratches einfach gehabt, wie er den vielleicht zeichnen möchte, wie nicht. Und irgendwann kam man dann auf die Idee, hey, ich kann doch einfach mehrere Vegapunks machen. Ich würde aber auch noch gerne dazu sagen, zu dem Reveal von dem jetzt wahren Vegapunk, ja, es ist nicht der Magical Scientist aus Yu-Gi-Oh, aber ich finde trotzdem, trotzdem bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Design, weil er hat den berühmt-berüchtigten Kittel an. Er hat halt auch so, ja, so ein bisschen wie so ein crazy Scientist halt aussieht, so, ne, seine Halbglatze da, sein Schnurrbart, wir haben ja auch schon im Pre-Talk gesagt, er ist ja auch angelehnt an Albert Einstein und auch so ein bisschen mit dem Apfel an Newton. Ähm, also richtig, richtig cooles Design, gefällt mir sehr gut und ja, auch einfach das, der halt so ein bisschen so eine freundlichere, äh, Gestalt hat, äh, finde ich auch sehr, sehr cool, weil es auch irgendwie passt jetzt so mit Ruffy, ähm, also gefällt mir sehr gut. Ja, und dazu, wie er sich halt im Flashback benommen hat, muss man ja auch dazu sagen, dass das nochmal eine etwas andere Situation ist, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, witzereißend durch die Gegend läuft, wenn man, ja, das Grab eines alten Kameraden besucht inmitten der zerstörten Insel, ne, das ist dann ja auch nochmal, sag ich mal, ein anderer Vibe, der ... Ja, so beerdigungsmäßig, ne. Ja, ja, klar, die sitzen ja vor dem Grab. Hat er sich bewusst da was Schwarzes angezogen, meinst du? Who knows? Who knows? Ich denke mal schon, er hat ja Blumen dabei. Er ist schon bewusst da hingegangen, um, äh, sein Respekt zu zollen. Ja, das finde ich auch ein nettes Detail, wie Dragon und, äh, Vegapunk beide so ein Strauß Blumen dabei haben. Ja, ja, und halt vor diesem, ich denke mal, das ist der Rest dieses Baums von Ohara, also der letzte Splitter, der dann so als Grabstein, denke ich mal, stellvertretend für alle Bewohnerinnen und Bewohner von Ohara steht, die halt da ausgelöscht worden sind, ne. Ja, weil ich liebe es einfach aus so einer Storytelling-Perspektive, wenn wir Szenen haben, Ereignisse in der Story und dann du davor noch Dinge erfährst oder danach. Und hier halt, wir haben halt mitbekommen, wie Ohara untergegangen ist und hier kriegst du dann so paar Tage später wahrscheinlich oder vielleicht auch Wochen später nochmal eine neue Szene, die dann das Ganze in einen anderen Kontext halt packt. Weil damals in dem Flashback von Robin war ja gefühlt alles verloren, so, und hier, ich finde, das ist auch sehr thematisch natürlich dann zum, zum Chapter-Titel, der Wille von Ohara lebt halt weiter, ne. Und es gibt Leute, die motiviert waren, durch das, was da passiert ist, Dinge zu tun. Und das finde ich halt immer schön, wenn dann sowas nochmal in den neuen Kontext gepackt wird und man einfach auch merkt, dass ein Autor oder eine Autorin sich dabei viel gedacht hat einfach. Weil ich glaube schon, dass Oda mit diesem ganzen Ohara-Plot schon sowas sehr Zentrales gesetupt hat, weil das ja auch damals der Arc war, wo ja die Strohutbande im Endeffekt den Krieg mit der Weltregierung gestartet hat. Und jetzt hier geht's, finde ich, ist dann nochmal schön full circle, wo du dann auch erfährst, ey, es hat auch andere Leute motiviert, was zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch sehr eindringlich hier, dass man ja sowohl in der Erklärung von Chaka nochmal das alte Ohara sieht mit dem riesigen Baum. Und dann später im Flashback hast du ja dann nochmal auch den Shot vom zerstörten Ohara, wo halt ja einfach noch ein Häufchen Asche und ein paar verkohlte Holzreste übrig sind, was dann auch nochmal natürlich die, ja, diese Radikalität davon unterstreicht und gleichzeitig für mich immer so ein schönes Zielmittel von Oda ist, wenn er halt diese Inseln im weiten Shot zeigt, dann hat das halt oft was zu bedeuten, ähnlich wie halt jetzt zuletzt auch das Lusier Kingdom, was halt auch im großen Shot gezeigt wurde und dann halt ausgelöscht wurde. Und hier hast du halt eine Insel, die ja praktisch vorher, nachher auch gezeigt wird. Und ja, keine Ahnung. Ich finde es auch sehr cool, dass es halt sich nochmal darauf bezogen wird, auch aus der Vergangenheit. Und genau wie du sagst, es hat halt viele motiviert, aber man versteht halt jetzt auch, wieso, weil es halt wirklich ein krasses Ereignis ist. Und das schafft Oda halt, finde ich, immer wieder, auch zum Teil besser, finde ich, als viele andere Mangas, die halt so Ereignisse in die Vergangenheit setzen. Bei One Piece schafft Oda, finde ich, dem Ganzen wirklich ein Gewicht zu verleihen und dem halt, ja, wir haben es auch vorher im Pre-Talk schon angesprochen, das so ein bisschen als Dreh- und Angelpunkt von der Geschichte auch anzusetzen. Während bei vielen anderen Mangas man halt öfter so mitbekommt, so, ja, und damals waren die da und haben unsere ganze Familie umgebracht, oder hast du ihn nicht gesehen? Und dann ist man halt irgendwann so, ja, das wievielte Dorf ist das denn jetzt, was die Bösen ausgelöscht haben? Irgendwann ist auch gut. So, während halt hier praktisch, du hast halt Ohara, so, das ist so dieser Einzelfall, von dem wir immer wieder hören, jetzt das Loser Kingdom als praktisch aktuelle Alternative, wie man noch umgehen kann mit solchen dissidierenden Königreichen. Aber sonst hast du ja jetzt nicht tagtäglich die Story davon, wie die Weltregierung irgendwelche Inseln vernichtet. Das passiert nicht jeden Tag. Nee. Das passiert halt, ja, einzeln. Das ist halt auch dieses Storytelling-Prinzip von Show, don't tell. Oda nimmt ja wirklich dieses, wie du schon sagst. Er nimmt Ohara, macht das als Exempel für das, was schiefläuft in dieser Welt im Endeffekt, weil Dragon sagt es ja auch, ey, die haben im Namen des Gesetzes diese Leute einfach umgebracht, so, die unschuldig waren. Und ich finde es da wieder schön, dass Oda immer schafft, finde ich, diesen Bezug da zu machen, zu unserer echten Welt. Weil wenn sowas passiert, natürlich ist das ein gewaltiges Ereignis, so. Und genauso wird das in One Piece halt auch gehandhabt. Es ist ein gewaltiges Ereignis, was da auf Ohara passiert ist. Für die, die es wissen. Genau, für die, die halt wissen, was da passiert ist. Weil es wird ja gesagt, ey, angeblich sollen die Akademiker der Insel die Weltherrschaft an sich reißen wollen oder waren gegen die Weltregierung. Und ein Vegapunk sagt ja direkt so, ja, nee, das ergibt halt gar keinen Sinn. Na, Bullshit. Er callt's halt, ne? Nicht nur, weil er, ich glaube, aber dafür muss er theoretisch auch nicht mal der schlauste Mann der Welt sein, ne? Nur wir sehen es ja wieder in der Gegenwart am Beispiel von sowas wie Lulusia, wie es halt enden kann, wenn man den Mund halt aufmacht, ne? Und wenn man halt solche Sachen halt immer wieder wiederholt. Das heißt, wer weiß, wie vielen Leuten halt auch klar ist, okay, vielleicht war da irgendwas auf Ohara, was doch nicht ganz so ist, wie uns gesagt wird. Aber ich halte schön meine Schnauze. Ja, ich finde es generell so auch da, dieses mit Lulusia. Weil hier bei Ohara wurde ja es einfach öffentlich mit einem Buster-Call gemacht. So, die Welt soll wissen, dass das passiert ist. Damit klar ist, ey, niemand soll Pony-Glühfe hinziffern, weil sonst stirbst du. Wohingegen bei Lulusia wurde ja diese ganze Thematik mit Licht auslöschen. So, was dann nicht mehr existiert. Was ja schon nochmal ähnlich wie dieses verlorene Jahrhundert ist oder verlorene Königreich, antike Königreich, whatever, wo die nicht ganz historisch das auslöschen wollen. Wo ja nochmal, würde ich behaupten, einfach, dass nochmal ein Level weitergeht einfach. Wo ich mich dann frage, wann entscheidet die Weltregierung, wann was passiert. Also, wann sagen sie, ja, Geschichtsbücher weg. Hier in dem Fall, ja, whatever, Buster-Call reicht aus. Ja, scheinbar so. Und Geschichtsbücher in den See. Ja, genau. Scheinbar halt wirklich so, wie sie Lust haben. Und, ach, keine Ahnung. Ich hab's damals schon bei der Gum-Gum-Frucht gesagt, desto mehr man davon erfährt, wie die Weltregierung vorgeht, desto auf der einen Seite erschreckter ist man von ihrer Ruchlosigkeit und Drastik. Auf der anderen Seite ist man aber auch geschockt von ihrer puren Dummheit und Nachlässigkeit. Weil, wenn du halt ein eisenfestes Regime bist, was ist denn das für eine Aussage? Ja, die Bücher, da haben die nicht interessiert. Die haben sich gedacht, dass da wohl niemand dran geht. Come on, Digga, du bist ein faschistisches Regime, was 800 Jahre überstanden hat. Du musst es doch besser wissen. So witzig, wie wir einfach, statt zu sagen, ja, oder Storytelling. Nein, nein, die Weltregierung ist dumm. Ja, aber das ist, was heißt Storytelling? So, das ist in dem Fall für mich halt ein bisschen, dann dadurch halt wieder nachlässiges Storytelling. Genau, das meine ich halt. So, in dem Sinne, du könntest halt behaupten, ja, der Autor hat das vergessen. Oder der Autor will halt wirklich, dass man dann denkt, die waren dumm, das hätten sie nicht machen sollen. Das heißt, das sind ja, wenn was bewusst gewählt ist, kann es ja trotzdem gutes Storytelling sein, weil einfach es so platziert ist, weil diese Dummheit der Weltregierung ihnen dann entsprechend am Ende ja auch dafür sorgen wird, dass sie untergehen werden. Ich finde halt nur, dass die Dummheit bis zu irgendeinem Grad halt dann sehr, sehr unglaubwürdig erscheint. Ja, klar. Die Sache ist, ich hoffe auch, dass wir da einfach ein bisschen mehr Clarification bekommen, warum, wann das Licht ausgelöscht wird, wann einfach ein Buster Call gemacht wird. Weil kann man, hätte man nicht Ohara auch auslöschen können? Aber nein, man will ja anscheinend, dass die Leute von Ohara wissen. Bei Lusia ist egal, da sollen die Leute nicht mehr wissen, dass es existiert. Ja, wir wollen einfach das Briefing, was der neu angestellte Weltregierungstypi bekommt, das wollen wir auch bekommen. Ab wann gibt es ein Buster Call, was muss dafür erreicht werden? Also im Endeffekt diese Eskalationskurve von, ey, wir schicken ein Marineschiff bis hin zu, wir schreiben was komplett aus den Geschichtsbüchern. Ja, genau so, doch eigentlich so, also weiß ich nicht, so gerade halt wieder mit diesem, die Bücher interessieren uns nicht. Ich bin der Letzte, der was gegen den klassischen Bösewicht hat, der vor Hybris platzt und eigentlich denkt, er wäre der Allerkrasseste und so. Aber dann, weiß ich nicht, muss sie ein konsequenter schreiben, weil manchmal ist die Weltregierung sehr, sehr gründlich und fast schon, ja, überpenibel und manchmal sind sie dann halt einfach nachlässig. Ja, safe. Also da mit der Büchersache, da bin ich voll bei dir, das hat mich auch gestört, dass die da, ja, so ein Bohai drum machen, die Insel zu zerstören. Und ich finde, das hast du eigentlich ganz gut beschrieben, Benni, so kann man sich das eigentlich gut klären. So Buster Call haben sie halt gemacht, damit halt die Leute davon Wind bekommen, bewusst. Und halt das mit dem Lichtauslöschen dann halt anders so gesehen. Aber ja, mit den Büchern, weiß ich nicht, das hat ja dann auch irgendwie was von Ungründlichkeit zu tun. Wenn man sagt, wir löschen die Bevölkerung und die Insel aus, aber ja, die Bücher lassen wir da mal in dem See und stellen jetzt auch irgendwie keine Leute von uns auf, die hier patrouillieren und gucken, ob irgendwelche Schaulüstigen auf die Insel kommen. Ja. Das ist ja scheinbar auch nicht gegeben, sondern wir lassen die Insel jetzt einfach so. Ja, selbst Punk Hazard war halt besser abgeschirmt, obwohl sich Caesar da eingezeckt hat. War es ja zumindest mal abgesperrt mit Danger, Don't Enter und hast du nicht gesehen. Ja, ich kann mir halt nur vorstellen wirklich, dass einfach die Gefahr zu groß ist. Also, dass die gedacht haben, ey, niemand wird sich jetzt nach diesem Exempel, was wir statuiert haben, sich da halt trauen, auf diese Insel zu gehen, geschweige denn die Bücher zu holen, geschweige denn zu lesen und was zu tun, weil die Person weiß, was sie erwartet. Weil, das ist ja auch, finde ich, der Grund, weil es werden ja bewusst die Riesen. Ja, aber der, also klar, dass der Average Bürger in der One-Piece-Welt da jetzt nicht hinsegeln wird, ist klar. Ja, aber ich meine, wir hatten ja auch schon damals Piraten. Und so doof kann ich mir die Weltregierung nicht vorstellen, dass sie nicht auf die Idee kommen, dass da vielleicht Piraten dann auch hinfahren. Vor allen Dingen hat das irgendwo ja auch wieder was mit Jobgründlichkeit zu tun, weil nicht nur, dass halt diese Bücher da gelassen wurden, so nein, was halt vorher auch noch passiert ist und was man nicht rückgängig machen kann, ist ja, dass Nico Robin geflohen ist. So, das heißt, ne, die haben halt eh schon einmal mit Nico Robin sich den Bock sozusagen geschossen und dann halt danach nicht noch gründlicher vorzugehen. So, das macht's halt für mich halt noch komischer. Keine Ahnung. Entweder es war wirklich Ben Dams Vater, der halt gar keine Ahnung von seinem Job hatte damals und irgendwie einfach den Großteil gesagt hat, ja, 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 das passt hier jetzt schon so. Die werden schon durchs Wasser kaputt gehen, das passt schon. Oder er war halt in Wirklichkeit auch irgendwie Unterstützer der Revolution und hat einfach alles sabotiert. So, der Vater von Khalifa und von Spendam, das waren damals. Aber wir machen so Glowfist mit Dragons. Ja, genau. Also, ich weiß, ich hab Clover erschossen, aber ey, das war ja alles abgesprochen von uns, ne. Das war ja, ne. Dann kommt Clover auch mit so einem Pflaster auf der Stirn, kommt der so aus. Ey, ich hab auf einmal Haki gelernt auf meiner Stirn. Hat ein bisschen weh, aber ja, aber bevor wir gleich zu Kleblatt kommen, weil ich finde, das ist ein guter Punkt, wo man so ein bisschen über den Charakter quatschen kann, weil da expanded oder ja auch, wir bekommen neue Infos, wen dieser Charakter kannte. Und auch da wieder, ich hab nicht das Gefühl, dass das irgendwer von uns jemals prediktet hat, aber es macht so logisch Sinn, dass dieser Charakter die Charakter kennen, die hier erwähnt werden. Was ich aber gerne noch machen möchte, ist einmal kurz darüber sprechen, was ich eben meinte mit diesem ganzen Willen von Ohara. Ich find's einfach sehr, sehr schön, dass in der Gegenwart haben wir halt mit Ruffy in das Lobby und Robin Ohara kennengelernt irgendwo durch den Fleischback. Und Ruffys Motivation, der Weltregierung den Krieg zu erklären, war halt, um den Nakama zu retten. Ruffy hat keine Ahnung, woher Robin kommt, juckt den auch nicht. Genauso wie der nicht gejuckt hat, dass Nami Belmer verloren hat. Für Ruffy war's klar, ey, Arlong hat Nami zum Weinen gebracht, deswegen will ich Arlong verprügeln. Und hier war's so, ey, die Weltregierung macht dir Probleme und sorgt dafür, dass du nicht frei bist und deinen Träumen nachgehen kann. Ich mach daraus auch meine Feinde. So, und Dragon tut genau dasselbe nur in der Vergangenheit. Statt eben, dass er eine Robin hat, hat er halt Kleblatt gehabt und sagt halt, ey, so, ich werd dagegen was tun. So, und ich mach da was. Und ich find's halt schön, dass halt Vater und Sohn beide der Weltregierung aus persönlichen Gründen den Krieg erklärt haben und beides aber für jemand anderen tun. Also beziehungsweise eine intrinsische Motivation dann durch jemand anderen haben. Weil man bei Dragon ja sagen muss, dass da auf jeden Fall noch mehr dahinter steckt. Natürlich, safe, absolut. Weil er gehört ja zu dem Zeitpunkt, wo er auf Ohara ankommt, bereits zu den Freiheitskämpfern und hat diese Freiheitskämpfer auch schon gegründet. Das heißt, ne, der Impuls war schon noch vorher da. Also wird's wahrscheinlich, ich geh davon aus, dass es trotzdem was Persönliches ist, aber was auch immer es war, es war, denke ich, noch vor Kleblatztod. Aber Kleblatztod ist natürlich hier so ein Moment, wo die beiden hier sitzen und man merkt halt durchaus, dass Dragon sich hier nochmal radikalisiert. Dass er hier vielleicht auch, weil er ist, sag ich mal, erst 33. Und scheinbar, da gebe ich dir absolut recht, noch nicht so lange im Business. Er hat diese Freiheitskämpfer gegründet. Wer weiß, wie lange es die schon gibt. Vielleicht gar nicht mal so lange. Vielleicht halt in diesem ganzen Ding von Ohara, da kommt was Neues raus und da kommt was Neues raus. Und auf einmal haben wir die Freiheitskämpfer. Wer weiß, was das für eine Zeit war. Also wir wissen ja nur, dass Ohara während dieser Zeit zerstört wurde. Mehr wissen wir nicht, was die CP9 so zu tun hat, in Anführungszeichen. Und dann haben wir halt hier diesen, sag ich mal, jungen Dragon, der vielleicht auch zum ersten Mal mit sowas Krassem konfrontiert wird. Der vielleicht auch schon von sowas gehört hat. Der, für den sowas auch irgendwie mit der Grund sein könnte, das zu tun und den Kampf aufzunehmen. Aber hier sitzt er halt zum ersten Mal in den Ruinen dieser vernichteten Insel. Und das ist ein eindrücklicher Moment, glaube ich, für jeden, der halt vorher schon eine Entscheidung gefasst hat. Aber jetzt halt nochmal sieht, praktisch, das passiert, wenn, nicht nur, wenn ich es nicht tue, sondern wenn ich zu wenig tue. Also dass Dragon dann das ja auch sozusagen in dem Fall sieht er sich im Business. Und da ist jemand, der genau gegen sowas ja eh schon vorgeht. Und ein Stück weit ist das dann ja auch seine Niederlage hier. So sehe ich das halt. Ja, safe. Also ich glaube, dieses ganze Konstrukt, dass wir diese Partei von diesen Freiheitskämpfern da irgendwie kriegen, die haben wir ja noch nie vorher gehört, dass die existiert haben, zeigt ja schon, okay, es gab eine Zeit vor den Revolutionären bei Dragon. Und der ist ja auch nicht jung. Der ist ja 33, der Dude. Also ist jetzt nicht wie ein Ruffy oder ein Zorro. Ist jetzt nicht, dass 33 alt ist. Aber es ist halt nicht so wie die Protagonisten, die eher in ihren Zehnern und Anfang Zwanzigern teilweise sind. Jünger als Frankie, oder? Ja, genau. Also Frankie ist ja ... Sehr gut 40? Ja, Frankie ist 36 nach dem Timeskip. Und das ist ja auch, ich glaube, Dragon ist in der Gegenwart 55 oder so. So, hier ist der Dude halt schon in einer gewissen Position. Das heißt, ich glaube, sogar vor dieser Zeit werden wir noch Dragon kennenlernen. Ja, ja, das wissen wir. Das muss ja irgendwie ... Du hast dein Alter angesprochen. Also der wird jetzt ja nicht nur irgendwie, was weiß ich, bis zu seinem 30. Lebensjahr irgendwie so ein Bürohengst gewesen sein. Der lebt bei Garp die ganze Zeit Papa. Genau, sondern es wird irgendeine Motivation gegeben haben, warum er sich auch diesen Freiheitskämpfern anschließt. Ich finde, das so ein ... Mich erinnert es so ein bisschen tatsächlich an Star Wars und die Rebellen, was auch tatsächlich aktuell sehr gut in der Serie Endor ... Nee, nicht die neue Folge. ... gezeigt wird. Na, in der Serie. Ich meine nicht die neue Folge. Wo man ja die verschiedenen oder so ein paar Rebellenzellen halt sieht. Am Anfang waren es halt viele kleine Rebellenzellen und irgendwann hat sich halt dieses ... Ja, dieser Gegenspieler vom Imperium gebildet. Die haben sich alle zusammengeschlossen und es war halt ein ebenbürtiger Kampf dann irgendwann. Ganz, ganz kurz da eingeworfen. Ich hab jetzt ... Ich guck ja auch Endor. Und ich hab neulich, gestern war das noch, da war ich auf der Arbeit und im Fernsehen lief tatsächlich The Force Awakens, also der siebte. Und das Ende, das waren wirklich so die letzten fünf bis zehn Minuten, wo die dann mit dem Schiff schon nach Hause geflogen sind und dann nämlich auf der Rebellenbasis ankamen und so. Und dieser Kontrast, wie die Rebellen einfach ticken. So, du siehst die, alle jubeln so, yay. So, du hast irgendwelche weirden Aliens, die ja durch die Gegend laufen und alle sind so, hey, hey, Hüte in die Höhe. Und dann siehst du halt bei Endor diese scheiße fressenden Höhlenmenschen, die da halt irgendwie so, ja, komplett durchradikalisiert sitzen und halt eigentlich jedem die Kehle durchbeißen wollen. Ja, ja, da siehst du auch wieder den Unterschied zum Popcorn-Kino der Sequels und halt dann doch dem etwas ernsteren ... Ja, oder auch der Originals, weil die waren ja nicht anders vom Ton. Genau, aber ... Sorry, dass ich mich unterbrochen habe. Nee, nee, alles gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ach, genau. Ich glaube halt, dass, ne, das halt dann auch so, man hat halt diese verschiedenen Freiheitskämpfer und irgendwann haben die sich halt alle unter der Führung von Dragon und den anderen beiden, die ja schon mit ihm, also Ivankov und Bär, hat sich das dann wahrscheinlich zu dieser Rebellengruppe oder Gruppierung gebildet, wie wir sie heute kennen. Und wahrscheinlich waren es damals dann halt mehrere Freiheitskämpfer und den verschiedenen Blues. Ja, und ich schätze auch mal, dass das Ziel dieser Gruppierung ein anderes ist, als das von der Revolutionärsanmeldung. Genau. Weil da wissen wir ja, die wollen die Tenryu Bitu abschaffen. So, und hier von der Freiheitskämpfergruppe, ich schätze mal, da ging es dann einfach nur darum, um Freiheit zu kämpfen. Wirklich, blöd gesagt, vielleicht Königreiche vor Tyrannen zu befreien. Oh, mir fällt gerade ein, es gab doch auch diesen, der so aussieht wie, hier, wie heißt der jetzt, der letzte Chapter von Zorro runtergekickt wurde. Karibu. Karibu, genau. Und da gibt es doch diesen Freiheitskämpfer, der auch so aussieht wie er aussah. Ah ja, der Che Guevara. Genau, in der Cover-Story. Dann war der wahrscheinlich auch so einer. Ja, vielleicht ist das so ein Bruder von Dragon, mit dem er zusammengekämpft hat früher. Wer weiß. Aber das heißt aber, Raffi war zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren, oder? Nein, Raffi war, Raffi ist in dem Flashback erst rein theoretisch dann drei Jahre später zur Welt gekommen. Also schon während, schon nachdem Dragon die Revolutionäre gegründet hat. Genau. Das heißt, Ivankov und Bear, theoretisch waren die bei der Geburt dabei. Mann, ich finde das gerade generell sehr, sehr hardcore weird, weil Ivankov wusste nicht, dass Raffi Dragons Sohn ist. Er wusste ja auch nicht mal, dass Dragon nicht der Vater von Aces ist. Der hat ja damals gedacht so, ah ja, ja, Aces, der ist doch auch der Vater von Aces. So, was dann, wo er dann geschockt war. Wie, der ist nicht... Wusste er überhaupt, dass Dragon Kinder hatte? Ja, genau, das wusste der halt nicht. So, das heißt, die können ja nicht bei der Geburt dabei sein. Und ich glaube auch ein Bear, ja, wobei Bear hat ja gesagt so, ja, das war ja noch vor Ivankov, ey, Dragon, dein Sohn hat gute Nakama gefunden. Das war ja damals am Ende von Thriller Bark der Punkt, wo alle dachten so, oh, er kennt Bear Dragon. Auf jeden Fall, ich finde generell, es spitzt sich halt zu. Dragon gründet die Revolutionärstarmee, drei Jahre später kriegt er auf einmal ein Kind. So, ganz random, obwohl seine Mission ja was komplett anderes ist, wo ich mir denke, das ist vielleicht nicht der smarteste Move, ein Kind in die Welt zu zeugen. Und mein Gedanke ist... Und er darf trotzdem privat noch ein Liebesleben haben. Natürlich, aber mein Gedanke ist halt auch da wieder, wir wissen, dass ein Roger zu viel, ah ja, Prophezeiungen, dies, das. Was ist, wenn auch Dragon an so Shit von Joy Boy gehört hat und solche Sachen, ey. Das muss, also come on. Kommt er wieder und bla. Vielleicht ist auch Dragon jemand, der damals dachte, er sei Joy Boy und hat erkannt, er ist es dann halt nicht. Dann hat er gedacht, Schatz, wir müssen schnell einen neuen Joy Boy zeigen. Ja, und dann macht er halt blöd gesagt den Rhaegar Targaryen und macht Dinge. So, auf jeden Fall kann sein, dass, also ich weiß nicht, ob ich es glauben kann, aber wäre halt auf jeden Fall was in den Raum geworfen, dass vielleicht auch Dragon von dieser ganzen Joy Boy Prophezeiung gehört hat. Irgendein Grund, außer O'Hara, muss ja Dragon haben. Der wird ja Infos haben, was die Weltregierung getan hat. Und meine Erklärung wäre halt da, vielleicht in dem Flashback vorher, war er bei der Marine, war er bei der Cypher-Pole. Wie ist Dragon daran gekommen zu sehen, dass die Weltregierung so grausam ist? Also nur als Freiheitskämpfer oder doch auch, weil er da war, weil er grausame Dinge für die getan hat und irgendwann gesagt hat, ey, ich kann das nicht weitermachen. Ja klar, durch die Verbindung zu Garb wird er mit Sicherheit, ne, irgendwie wird er da was mitbekommen haben. Der ist ja Dragon der, den sich Garb damals gewünscht, ja, mein Sohn muss zur Marine. Und dann ist er da hingegangen und dann ist er ein Revolutionär geworden, so weißt du. Also, dass da halt ... Das wäre halt die andere Vermutung sozusagen, ne, weil entweder, wie gesagt, sieht er hier auf O'Hara eben zum ersten Mal, wozu die Weltregierung in der Lage ist. Und dadurch fasst er überhaupt jetzt sozusagen diesen revolutionärsten Schluss oder, wie ihr sagt, er ist halt schon sein ganzes Leben lang irgendwie ein eiskalter Killer und hat dann irgendwann dieses klassische Erweckungserlebnis. So von wegen, ja okay, ich hab jetzt 50 Leute getötet, aber dieses Kind werde ich jetzt nicht töten. Und klar, kann's auch so gelaufen sein. Ja, wobei hier in diesem ersten Szenario hättest du ja doch eher den persönlichen Grund, was ja oft eher mehr Motivationsgründe ist, als einfach irgendwie, oh nein, diese 52. Mission war jetzt zu viel. Hier hast du halt, ey, hier ist ein Nakama oder ein Freund von dem gestorben, den er kannte. Und er weiß ja, dass das, was über ihn berichtet wird, ne Lüge ist. Und ich kann mir vorstellen, selbst wenn er halt in der Marine oder Weltregierung hat, dann hat er wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt seine Verbindung mit denen abgebrochen, noch bevor er in diese Lage gekommen ist. Ich stelle mir halt immer wieder diesen klassischen Fall, wir haben es ja öfter angesprochen, dass sie am Ende so als Kinder gegeneinander kämpfen müssen und hast du nicht gesehen. Und ja, das ist da halt dann auch klassisch, aber vielleicht halt wieder dieses Ding von, okay, und dann hat Dragon da irgendwie seine Freunde und dann sind die irgendwie alle verreckt und dann hat er sich gesagt, fuck that shit. Und dann gab's so einen Fischer-Tiger-Moment und dann ist er ausgebrochen und seitdem auf Erflucht als Freiheitskämpfer oder so, ne. Und Garb enttäuscht auf ewig. Glaubt ihr, dass er noch Kontakt zu Garb hat? Weil er hat ja als Garb den Name-Drop mit der kleinen Finger in der Nase, so dieses Ohneu, das hätte ich nicht erzählen sollen. Da hat er ja nicht wirklich so schlecht irgendwie über, also da hat er ja nicht so gewirkt, als ob er jetzt irgendwie schlecht auf Dragon zu sprechen ist. So dieses Ohneu, dieser Schande der Familie irgendwie. Also glaubt ihr, dass die beiden noch gut sind, neutral miteinander irgendwie sind? Ja, also ob die jetzt noch irgendwie regelmäßig miteinander schnacken, was so die Woche ablief, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ich mein, Garb ist ja auch, da kennen wir ja auch noch nicht seine ganze Story, der ist ja jetzt auch eher, ich sag jetzt mal, auf der guten, auf der hellen Seite der Marine. Und hat andere Herangehensweisen, als vielleicht einen Akainu oder so. Und wahrscheinlich ist er irgendwo, kann er halt seinen Sohn da irgendwo verstehen. Und er ist ja auch kein Fan der Tenryu B2, ne? Genau, deshalb wird er schon, weiß jetzt nicht, ob er stolz auf den ist, aber er kann wahrscheinlich seine Beweggründe verstehen. Ich weiß es nicht tatsächlich, also gerade nach diesem Chapter und halt dem Gespräch zwischen Vegapunk und Dragon, so, wo ja Dragon auch noch sagt, also Vegapunk so ein bisschen vorwirft, dass er sich ja nicht seinen Freiheitskämpfern angeschlossen hat. Woraufhin ja Vegapunk sagt so, hey, zum einen seid ihr halt broke as fuck, so, bei euch hab ich nichts verloren, so, was soll ich denn da bei euch zusammenschrauben? Und zum anderen sagt er dann ja auch, dass er daran glaubt, dass es halt auch Sinn macht, von innen zu arbeiten, weil es nämlich auch gute Menschen unter der Marine und unter der Weltregierung gibt. Und ich glaub, genau das ist vielleicht, was ihn von Dragon unterscheidet, weil Dragon da eben vielleicht sagt so, hey, fuck that shit, so, wir sind unsere Revolutionäre und ich will nichts mit dieser Maschinerie, in Anführungszeichen, zu tun haben. Was dann ja eher dafür sprechen würde, dass er bestenfalls einfach nicht mehr mit Garp telefoniert und schlimmstenfalls ihm halt an die Gurgel gehen würde, wenn er ihn sieht. Ja, das weiß ich halt nicht, weil ich glaub halt auch bei einem Dragon, ähnlich wie bei Ruffy und Garp, ist natürlich nur eine These, dass die schon irgendwo gewisse universelle Werte teilen. Weil bei Garp hast du's am Ende auch gesehen, auf Marine fort, der Konflikt von ihm ist ja Pflicht und Familie. Und am Ende hat er sich für seine Familie entschieden, indem Ruffy ihn gepuncht hat und hätte ihn Sengok nicht festgehalten, wir wissen nicht, was mit Akainu passiert wäre. Keine Ahnung, ich bin einfach nur davon ausgegangen, was wir jetzt in dem Chapter gesehen haben. Nee, nee, genau, und das meine ich halt, ich kenn mich auch bei Dragon, weil ich frag mich halt gerade nämlich, was ist Dragons innerer Konflikt? So klar, einmal dieses Ideologische, ey, er will halt die Welt verändern, er will halt die Tenryubito abschaffen, aber wo ist diese andere Seite? Wo ist der Konflikt, den er halt hat? Klar, der Konflikt mit der Weltregierung und alles, das ist dann auf so einer direkten Ebene, aber was ist der innere Konflikt von diesem Charakter? So, worauf verzichtet er? Worauf, wem muss er sich vielleicht stellen, dem er sich nicht stellen muss? Vielleicht ist das ein Garp, kann natürlich sein. Ja, oder halt einfach sich selbst. Oder sich selbst. Und auch bereit ist, siehe halt Leute wie Belobettis Teufelsfrucht, die halt im Endeffekt dafür gemacht ist, um Zivilisten in ihren Tod zu schicken, dass er halt auch bereit ist, Opfer zu bringen. Und das finde ich ehrlich gesagt cool, wenn Dragon halt eher so ein radikaler Dude ist und sein Sohn, aka Ruffy, ihm so ein bisschen zeigt, wie es halt wirklich geht oder auf eine friedvolle Art und Weise. Das muss ja auch sein, weil Dragon ist nicht der Protagonist der Story. Das ist ja das Ding. Und dieses Konzept mit Freiheit, das finde ich gut. Es ist halt einfach eine radikalere Form von Freiheit, die Ruffy nicht unbedingt repräsentiert und die auch im Konflikt mit Ruffy steht. Weil er bereit ist, alles dafür zu tun. Und Ruffy halt nicht. Das ist ja wieder dieses, der Zweck teile ich die Mittel. Das ist ja eigentlich das, was gerade in der Welt von One Piece die Bösewichte zu Bösewichten macht. Weil viele von denen haben ja nicht mal die schlimmsten Absichten, in Anführungszeichen, aber die Art und Weise, wie sie ihre Ziele erreichen, ist halt meistens schlimm. Siehe unter anderem auch Blackbeard, der ja verkörpert das Prinzip von Zweck heilig die Mittel. Ja, weil Blackbeard ist halt auch da dieses, Blackbeard bricht ja im Endeffekt das universelle Tabu, was Ruffy niemals brechen wird. Er ist bereit, einen Nakama zu töten, um seinen eigenen Traum zu erfüllen. Wohingegen Ruffy bereit wäre, seinen Traum zu opfern, um einen Nakama zu retten. Er sagt ja selber, ey Sanji, wenn du nicht da bist, ich werde nicht König der Piraten. Ich brauche dich. So, deswegen bin ich hier. So, der dann alles bereit ist, gerade aufzugeben, um seine Leute wiederzukriegen. Dann hast du eben so Charaktere wie Blackbeard, der bereit ist, wie du sagst, halt Nakamas zu opfern, um seine Träume zu erreichen. Akainu, der bereit ist, in Anführungszeichen, Nakamas zu opfern, um seine absolute Gerechtigkeit zu erreichen. Oder Charaktere dann, hypothetisch, wie Dragon, die dann bereit sind, Nakamas zu opfern, um ihre absolute Freiheit zu erreichen. Das sind verschiedene Ideale und Werte. Und man kann halt auf dem Spektrum verschieden hoch angesiedelt sein, was man bereit ist, in Anführungszeichen, für zu opfern. Ich glaube, das ist genau diese Frage. Diese Opfer, die die Revolutionäre bereit sind zu bringen, sind, glaube ich, extremer und radikaler als das, was teilweise unsere Protagonisten in irgendeiner Art und Weise bereit sind zu tun. Weil, das ist, finde ich, auch eine schöne Brücke, nämlich zu Bartholomeus Bär, der in diesem Chapter ja thematisiert wird. Frankie stellt die Frage der Fragen, aber wir kriegen keine Antwort. Warum wurde er umgebaut? Und dann auch noch, warum hat er uns geholfen? Das mit dem Helfen ja wahrscheinlich, weil er wusste, dass die Strohhüte oder das Waffi, der Sohn von Dragon. Aber welche Rolle spielen denn die Strohhüte jetzt in der großen Idee und dem großen Plan von Dragon und den Revolutionären? Weil offensichtlich tun sie es ja. Ja, Dragon wäre nicht nach Locktown gekommen. Ja, oder sowas. Wir haben ja nie offensichtlich die Frage gestellt zu, ja, aber was will Dragon denn eigentlich mit denen? Ja, okay, das ist sein Sohn, Sympathie, dies, das. Aber was ist das Handgame zwischen denen? Ja, und guck mal, auch da wieder. Wann wurde Dragon, als Raffys Vater revealed? Genau dann, als Raffy der Weltregierung den Krieg erklärt hat. Im Endeffekt, also auch da wieder sehr thematisch passend gewählt. Als wäre es auch von Dragon vielleicht so geplant gewesen, dass er denen den Krieg irgendwann erklärt. Ja, das ist halt das Ding. Ich glaube, da war der Punkt klar, weil vorher dieses in Locktown, als er ihn gerettet hat, da hat er ihn einfach gerettet, weil, ey, ist halt mein Kind. Der wollte vielleicht sehen, so, oh ja, Raffy geht auf die Grand Line, ich schau ihm dabei zu. So, und da sagt er ja auch am Anfang so, ein Pirat ist auch okay. Und dann, ab dem Punkt, wo er dann der Weltregierung den Krieg erklärt hat, ich glaube, dann wurden sie, weil dann hat er im nächsten Tag, ja, Bartholomewus Bär, genau, Thriller Bark, und danach Sabaody, wo sie gerettet wurden, und dann dieses, ey, ich beschütze die Tausendsunny. Genau, das ist der Moment, ab dem theoretisch die Revolutionäre angefangen haben, die Strohhütte aktiv zu unterstützen. Hauptsächlich durch Bär und theoretisch den Impel Downer und auch noch durch Ivankov. Also, man sieht halt, im Nachhinein sieht man die Tentakel von Oda schon von Weitem greifen, so, auch wieder, es wird viel klarer. Was uns eigentlich auch damals schon hätte klar werden können, so, aber erst jetzt so, wenn man das von der Distanz zu betrachtet. Wobei bei Ivankov, der wusste ja nicht, dass Raffy der Sohn ist. Nee, er nicht, aber trotzdem die Art und Weise, wie Oda das aufbaut, das praktisch, wie Benni gesagt hat, ab dem Moment, in dem Raffy der Weltregierung den Krieg erklärt, Wie auf magische Art und Weise haben wir die ganze Zeit Revolutionäre, die ihm helfen, ob sie es jetzt wissen oder nicht, aber dass es halt so oft gezeigt wird. Als ob es aus der Feder von jemandem stand, der das alles geplant hätte, dass das so perfekt getimt ist in den darauffolgenden Arks. Das ist ja wirklich so. Thrillerbuck, Bär, Sabaody, Bär, Impel Down, Ivankov. Und ohne die hätte Raffy verkackt. Ja, ohne Ivankov wäre ja Raffy nicht nach Marineford gekommen. Also, der wäre ja krepiert. Ja, und Logetown, ähm, hier, Dragon. Ja, so, Dragon, genau. Also, das Gründungstrio hat Raffy schon alle, jeder mal aus der Patsche geholt. Und auch da wieder sehr schön, finde ich, da, Storytelling am Anfang, klar, der Vater, der seinem Sohn helfen möchte, einfach damit er auf die Grand Line kommt. Dann aber, erst nachdem Raffy sich bewiesen hat, dass die anderen kommen und helfen. So, und selbst Barton und Meos Bär war einfach nur Verblüff von Zorro. So, der war auch da, um die auszulöschen. Wahrscheinlich hätte er Raffy nicht ausgelöscht. Let's be real, so. Aber wie hätte er das gedreht? Ja, indem er, blub, blub, ups, aus, oh, sorry, ich hab meine Teufelsrote aus Versehen eingesetzt. Ich hab die zu weit gehauen. Ja, sorry, ich wollte ihn eigentlich zu euch schicken, aber jetzt hab ich ihn woanders hingeschickt. Stimmt, ja, der sagt einfach, ja, ey, ich hau die jetzt zu euch dann, zu der und der Marinebasis, ne? Und dann haut er die weg und dann so, ja, ich dachte, zu der Marinebasis. Was? Nein! Ah, sorry, tut mir leid. Dann landen wir halt bei Smoker. Ja. Weil halt der wieder genau weiß. Ja. Ach, Mann. Aber auch das mit Bär. Also ich find gerade dieses Chapter hat der, Dragon hat eine Pazifista-Armee noch mal ein bisschen mehr Gehalt gegeben. Er will ja eine Armee bauen. Wir erfahren erst mal, Vegapunk, Dragon, bla, kennen sich, blablabla, hat man schon Ewigkeiten vermutet. Aber es wird dieses Konzept von einer Armee aufgebaut. Ey, du hast keine. Ja. Aber wie willst du kämpfen ohne eine Armee, die es mit der Marine aufnehmen kann? Dann erfahren wir von den Gründungsmitgliedern in diesem Chapter, wo gesagt wird, ey, neben Dragon, Bachelomir ist Bär und Ivankov. Und dann erfahren wir, und das wissen wir in der Gegenwart, hat Vegapunk Bär umgebaut. Obwohl er wusste, dass er ein Revolutionär ist. Und wir sehen ja sogar auch noch in dem Chapter, wie Dragon ja um Vegapunk oder wie der den anwirbt. Genau, wie er ihn anwirbt, der aber dann sagt, nee, nee, kann ich nicht. Wo ich glaube, der Vegapunk aus der Vergangenheit ist kein Revolutionär gewesen. Der Vegapunker bei der Gegenwart, gerade durch Shaka, der ja auch mit Dragon telefoniert hat, werden wir den Reveal bekommen. Ja, ich glaube schon, dass die Pazifista-Armee auch da wieder, es sind Pazifista. Eigentlich ist ein Pazifist jemand, der Gewalt verabscheut. Und gleichzeitig werden sie in One Piece aber als Waffe benutzt. So, was glaube ich nicht der True Purpose dieser Maschinen halt ist. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich da ja treffen, auf Ohara, da ist Vegapunk einfach noch ein Opportunist. Safe. Und will halt einfach Money haben. Und die, die ihm das Money geben, den schließt er sich an, damit er seine Forschung fortführen kann. Und wir erfahren aber ja noch, dass er dann ja weiterreist nach Elbaf und da alle Bücher liest. Und ich könnte mir vorstellen, dass er da dann entschieden hat, ey, okay, ich hintergehe die Weltregierung. Ich nutze deren Ressourcen aus. Wahrscheinlich hat er dann Dragon kurz einen Call gegeben und so. Ey, weißt du was? Ich schließe mich euch da ran. Ey, Bruder, ich bin am Start. Ja, genau. Und zwischen diesem ganzen auch noch ein ganz, ganz kleines Goldnugget, was die beiden ja auch wechseln, als Vegapunk Dragon dann ja noch erzählt, dass er sich ja der Weltregierung unter anderem deshalb anschließt, weil es eine riesige Organisation ist und halt auch gute Leute darin arbeiten. Und er mahnt ihn nochmal nicht, dass die Augen von dem Ziel sozusagen zu verlieren. Und das ist, finde ich, auch eine interessante Aussage, die ich auch beim ersten Mal, ehrlich gesagt, überlesen habe. Aber ja, also anscheinend, die reden nicht zum ersten Mal, die tauschen nicht zum ersten Mal Ideen aus. Und die sind auch nicht zum ersten Mal anscheinend draufgekommen, darüber zu reden, wie man die Welt ändern kann. Und das finde ich ja interessant, dass es halt so was wie ein Endziel anscheinend gibt. Also, dass es, ja, irgendein Plan, irgendein Endgoal, sei es halt die Vernichtung der Tenryubito, wie wir es offiziell halt gesagt bekommen haben. Oder halt, ja, irgendetwas, was das ermöglichen soll vielleicht. Dragons Geheimatraum, Blackbeater, alle haben Geheimatraum. Aber auch Vegapunks Traum. Aber auch Vegapunk, ja. Aber ich finde, bei Vegapunk, muss ich sagen, ich glaube, bei ihm wird es so ein bisschen deutlich in diesem Chapter. Weil er sagt ja auch, also zumindest Shaka, ey, ich bin ein Freund von jedem Wissenschaftler, Akademiker. Dass einfach vielleicht das seine Motivation halt am Ende ist. Er will halt einfach, dass Wissen frei zugänglich ist. Und dass du für Wissen nicht sterben musst. Weil das ist, glaube ich, auch da wieder, was halt schön ist. Weil das hatte ich gar nicht so dran gedacht, dass Vegapunk und Robin sich eigentlich voll verstehen werden. Weil es sind beide Leute, denen halt Wissen sehr, sehr viel oder sehr nahe liegt. Und auch, let's be real, die heutige Gesellschaft, die wir halt haben, funktioniert halt davon, dass Leute vor uns geforscht haben. Und Dinge entdeckt haben, die wir heute nutzen können. Und die sich halt durchgesetzt haben in irgendeiner Art und Weise. So, und ich finde das halt irgendwie eine coole Message, die da in One Piece delivered wird. Aber auch, ja, ich fahre mich halt echt so, gerade dieses ganze Bartholomeos-Bär-Vegapunk-Ding. Es hat nie Sinn ergeben von dem Informationsstandpunkt, den wir erzählt bekommen haben. So, und dass jetzt sich diese Puzzleteile so langsam zusammenfügen und man irgendwie eine Antwort bekommt, finde ich halt schön. Und auch da ist ja die Idee, falls Bartholomeos-Bär wirklich halt nicht mehr repariert werden kann, dass sein freier Wille halt nicht mehr zurückkommt, dann hat dieser Mann ja anscheinend wirklich seinen freien Willen geopfert, damit alle anderen vielleicht in Zukunft Freiheit genießen können. Wo wir dann wieder bei diesen ganzen Ideen sind, die halt sehr radikal sind eigentlich, wo jemand wirklich bereit ist, sich komplett wie eine Art Freiheitskämpfer zu opfern, um halt ganz vielen anderen Freiheit zu schenken, was wir so von der Strohhut-Bande nicht unbedingt halt erleben. Die sind dann eher so, haut drauf und dann haut ab und dann befreien wir den Königreich, die aber in Zorro gibt jetzt nicht seinen Traum auf König, der beste Schwertkämpfer zu werden, um Wano zu retten. Für Ruffy wird er es tun, aus einem persönlichen Grund, für einen Charakter, aber nicht jetzt so idealistisch irgendwie für alle anderen. Ja, ich bin echt froh, dass wir hier in diesem Arc auch Bonnie haben, weil durch die so ein bisschen für mich vermittelt wird, wir werden am Ende dieses Arcs vermutlich die komplette Wahrheit noch zu Bär bekommen. Ja, sie wird ihn hoffentlich nächstes Chapter direkt drauf ansprechen. Genau, ja, das wird hier ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Sie erkennt Vegapunk ja auch sofort, den Originalen, wo sie auf ihn treffen, ganz am Ende des Chapters. Ja, er sie ja auch, ne? Stimmt, ja. Er sie ja auch, du bist ja groß geworden. Ja, genau, genauso wie er ja auch Ruffy sofort erkennt, ne? Ja, stimmt, ne? Hat Ivankov auch Kinder? Hat Ivankov auch einen, weil Bär, Gründungsmitglied, hat Bonnie, Dragon hat Ruffy. Wobei Ivankov wahrscheinlich, alle seine Okamas sind seine Kinder. Genau, ja. Ja, so ungefähr, genau. Ja. Gibt's noch, ich mein, ja, wir doch, wir müssen ja eigentlich hier nochmal die Riesen so ein bisschen ansprechen, ne? Und Elbath. Flashback, genau. Und Elbath. Einiges, einiges. Ne, ich wollte mich jetzt speziell auf diesen Flashback beziehen, ob's da noch was gibt, aber ja, definitiv, mit den Riesen halt. Ähm, das ist ja schon interessant, dass dann da ausgerechnet Riesen hinkommen, die, äh, die da die Bücher aus dem Wasser holen, praktisch. Äh, und ich, ich fand's ein bisschen interessant, wie, ähm, hier, äh, also, Vegapunk ist ja sehr überrascht. Und Dragon hat die ja so ein bisschen so, ja, ich hab mich halt mit denen kurz unterhalten, mach dir mal keine Sorgen, die, äh, tun das für mich. Die sind halt voll entspannt. Soll ich dir, soll ich dir die zeigen, wie die heißen? Genau, genau. Soll ich mal hier eine Connection herstellen? Also, äh, aber es war ja schon irgendwie so, die machen ihr Ding, Dragon macht sein Ding. Die waren jetzt nicht verbündet. Nein, 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 nein. Es ist halt so Zufall, dass die dann, während die da ihre Ausgrabungsmission aus dem Wasser machen, dass halt dann Vegapunk und entsprechend Dragon da auch mit am Start waren. Ja. Die haben sich auch da anscheinend null so irritieren lassen. Da hast du so zwei Leute, die da so gefühlt so bei einer Beerdigung sind. Und dann hast du die Riesen so richtig taktlos einfach weiter aus dem Meer die Bücher raus. Wie so, als würdest du irgendwie auf den Friedhof gehen zu einer Beerdigung. Und nebenbei ist da irgendwie, sind da so Landschaftsgärtner, die halt da irgendwie so einen Gräberbereich neu aufziehen. Ja, oder so ein Bagger, den du so richtig laut hörst. Ja, sorry, es gab leider keinen anderen Tag, wo wir das machen konnten. Stören wir euch? Ja, war schon ziemlich cool, dass hier ja jetzt praktisch mehr oder minder bestätigt wird, dass es halt nach Elwaf gilt. Jetzt haben wir endlich einen Grund. Jetzt haben wir noch einen Grund mehr. Ja, genau. Aber fairerweise finde ich halt dieses Lussops Traum, da mal hinzufahren, fand ich jetzt für das große Ganze, hätte Ruffy auch sagen können, da fahren wir später irgendwann mal noch hin. Keine Sorge. Aber jetzt haben wir halt auch einen Grund, warum die da sofort hinfahren sollten. Ja, und ich glaube, das ist das Ding, so, ich glaube auch, dass Elwaf der nächste Arc nach Egghead wird, sodass das der Grund ist, auch wie du schon sagst, sie haben Gründe, nämlich erstmal die Infos da und, aber auch, ich glaube, immer noch dieser Abenteuercharakter, weil ich kann mir, für meinen Kopf ist mittlerweile Elwaf der finale Abenteuer. Ja, also dieser Arc, wo danach geht's wieder straight da, da, da hin und dann ist die Story vorbei. Also ich habe das Gefühl, so Elwaf wird dieser letzte große Arc vor dem Finale irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Also so ein bisschen, wie so eine Fischmenscheninsel, wie Skypie, ja, dass du so 40, 50 Chapter auf dieser Insel hast und danach geht eigentlich nur noch Schützebord bauen. Sie haben ja wahrscheinlich jetzt dann auch, egal wo Elwaf ist, wahrscheinlich kriegen sie durch Vegapunk dann auch diesen Eternal Port. Ja, das wird sich anbieten. Da sie dann da halt direkt auch hinschippern können. Ja, das ist, ich weiß nicht, für mich ist halt da, gerade Fischmenscheninsel, das war da, als ich den Manga damals angefangen habe zu lesen, wöchentlich ist die Fischmenscheninsel zu Ende gegangen, hat man dann im Anime mal so nachgeholt. Aber Elwaf hat irgendwie noch so eine special place in the heart, finde ich, weil es ist damals durch RTL 2 hat man es zum ersten Mal, was, Elwaf, wie kommen sie da hin irgendwie? Und dann, als man herausgefunden hat, wie, die waren da immer noch nicht und sie waren bis heute immer noch nicht da. Und das ist manchmal so ein bisschen mein Pitch immer für Leute, denen ich erkläre, was so One Piece ist und wie das Storytelling da funktioniert, meinte ich so, ey, es werden teilweise Inseln aufgebaut, die einfach in Nebensätzen erwähnt werden, wo du weißt, dass die Charakter hinreisen werden und sie immer noch nicht da sind. So, und Elwaf ist diese Insel, die sogenannte Insel, die nach Fabeln benannt ist und dann einfach nur reversed. Das ist ein Palindrom, glaube ich. Wenn es falsch rum. Ein Palindrom, es ist, glaube ich, sowas wie. Wenn es von hinten und vorne gleich lesen kannst, ne, so Girafarig, ne. Genau. Ja, ich weiß nicht, es kriegt bei mir Nostalgie, wenn es da halt wirklich hingehen sollte. Das wäre schon cool, auf jeden Fall. Ich weiß noch damals, wie die dann endlich auf der Fischmenscheninsel ankamen. Das war ja auch schon sehr, sehr früh. Wurde ja über die Fischmenscheninsel auch schon berichtet. Ja. Und das kam ja auch wie eine Ewigkeit vor. Safe. Jetzt dann, äh, vielleicht dann wirklich irgendwann mal Elwaf. Ja, ich finde damals, Fischmenscheninsel war ja sogar nochmal dieser, du wusstest, nach Thriller Bark wollten die ja, ne, nach Water 7 wollten die dann zur Fischmenscheninsel. Und dann hast du Thriller Bark, okay, I get it. Dann waren sie auf dem Sabaodi und da hat ja niemand erwartet, dass dann Impel Down, äh, ne, Amazon Liddy, Impel Down, Marineford und dann halt dieses ganze Timeskip kommt. Weil alle dachten so, ja, cool, ab geht's, ab zur Fischmenscheninsel und dann einfach kompletter 180. Ja. So. Na, auf jeden. Äh, aber ja, äh, ich weiß nicht, ob es die Leute mitbekommen, aber ich war gerade einmal kurz weg. Äh, ihr habt schon also über die Riesen, die die Bücher dort bergen, gesprochen. Genau, wir haben kurz erklärt, wie taktlos die eigentlich sind, während die zwei da bei ihrer Beerdigung gefühlt sind, dass du diese ganzen Riesen hast, die richtig laut aus dem Wasser die Bücher raushalten. Noch taktloser wäre es gewesen, wenn sie es, äh, bei Ebay dann direkt reingestellt hätten, die Bücher. Ja, aber genau davor hat ja Dragon mehr oder weniger Angst gehabt, dass er sagt, so, dass da irgendwelche Schmarotzer ankommen und entweder von der Weltgegierung oder irgendwelche anderen Plünderer. Ja, ne, davor hatte der Vegapunk Angst und Dragon hat ihn dann ja beruhigt, so von dem, ja, ja, mach dir keine Sorgen, die sind da in guten Händen. Stimmt, ja, eben, das ist ja das Schöne daran, äh, dass, äh, die Riesen sozusagen die Ersten sind, die da rangekommen sind und, äh, die, auf der einen Seite, klar, taktlos, auf der anderen Seite, wie taktlos ist es, den Willen von Ohara weiterleben zu lassen. Ja, war ja auch nur ein bisschen im Scherz auch gesagt. Ja, äh, ich find's cool irgendwie, äh, dass die da auch reingebracht werden. Ich glaub, Benni hat's, äh, entweder vor dem Podcast oder vielleicht auch grad eben auch schon erwähnt, dass die Riesen so eine sehr mysteriöse Rasse sind, die halt immer nur so am Rande mal auftauchen, aber nicht so prominent in der Geschichte gefeatured werden. Und, äh, umso bedeutsamer ist das dann ja natürlich, dass gerade die so ein Interesse daran haben, aber wir erfahren ja dann auch später, warum gerade die Riesen das Interesse haben. Ich weiß nicht, ob ihr es schon angesprochen habt. Nee, das hatten wir noch nicht angesprochen. Ne, aber es hat ja ein, äh, sie werden ja angeführt von einem mysteriösen Kapitän, ein Riese, der von oben bis unten bandagiert ist. Und, äh, da war schon mein erster Moment, wo ich gedacht hab, ah, und, äh, mein erster Moment ist, äh, meine erste, meine erste Reaktion darauf war wahrscheinlich genau die gleiche wie, äh, die, die ihr wahrscheinlich auch, glaub ich, immer noch habt, nämlich dieses, äh, aber, äh, als man dann zum einen die Silhouette von dem guten alten Saurow gesehen hat, wie er da als mysteriöser, äh, ja, Bücher, Bücherei, Librarian, wie heißt es denn auf Deutsch? Bibliothekar. Bibliothekar, genau, dann sitzt er da und wird von, äh, Vegapunk besucht und, äh, nicht zuletzt halt auch dieser kleine Austausch, wo Robin dann halt fragt, so, ja, dieser Riese, ne, so, der hieß doch Saurow, nicht wahr? So, das ist erst mal schon, finde ich, mega sweet, äh, dass, ja, sie halt so diese Hoffnung auf einmal bekommt und dann halt, äh, dieser klassische Satz von, ja, ich kann das weder verneinen noch bestätigen. Also, er ist halt gerade versteckt und, äh, dann sieht man halt, finde ich, eins der schönsten Panele in dem Kapitel wird, geht, finde ich, sehr unter durch die ganzen Reveals, aber die Tatsache, dass Nico Robin halt, äh, so ein bisschen etwas wiederbekommt, auch von ihrer Kindheit, die sie damals gedacht hatte, dass sie halt vollkommen ausgelöscht worden ist, das ist halt wirklich sehr herzerwärmt und, äh, ich glaub, die Reunion zwischen den beiden, das wird mega cool, äh, klar, so, ne, Flashbacks, Leute müssen sterben, bla bla bla, Arena, acht Arenen pro, äh, Region und dann die Pokémon-Liga mit nem Champ, äh. Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass die nächste Staffel... Er hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Ach, laber. Er ist in der ersten Folge, es wird gesagt, in der ersten Folge ist er zehn Jahre, zehn Monate und zehn Tage oder so alt und das haben Leute dann zurückgerechnet zu dem Datum, wo die Folge stattfindet und, äh, dadurch kam, ich werde nicht verraten, wann mein Geburtstag ist, äh, haben wir, glaub ich, im Podcast eh schon mal Thema erzählt. Ich glaub, es wird schon oft genug. So, aber, äh, ja, da wird das genannt. Also, wer wissen will, wann ich Geburtstag hab, kann nachgucken, wann Ash Ketchum Geburtstag hat. Es hat so lange gedauert, bis ich gecheckt hab, dass Ketchum mit Ketchum all... Ich hab mich immer gefragt, was das mit Ketchum zu tun hat. Ja. Ash Ketchum. Wusstet ihr? Boah, das hab ich, wusste ich auch schon länger, aber jetzt bei uns, bei der Arbeit kam es jetzt neulich in einem Meeting auf, wo wir so ein bisschen random Facts irgendwie spitten mussten und dann wurde auch gesagt, ja, dieses fruchtige. Dieser, dieser Frucht-Tiger ist halt einfach nur von Fruchtiger so das genommen worden. Finde ich auch, äh, sehr schön irgendwie. Was nicht unbedingt sofort auffällt, ne? Ja, das stimmt. Manche Sachen so, dass man dann irgendwann so, ah, mein Blut, da haben sich Leute was bei gedacht. Ja, ja, genau. Also, genauso wie auch dieses Haribo, es ist ja, äh, gegründet von einem Mann namens Hans Riegel in Bonn und deswegen heißt es Haribo, weil es halt Haribo, also Hans-Tiger, Hans-Riegel Bonn. Äh, Adidas, der Typ hieß Adi Dassler, Adolf Dassler, also Adi, deshalb Adidas. Ich bin aber auch immer noch pisst, dass dieser Hans-Riegel, äh, so im Süßigkeiten-Business drin war und trotzdem Gummibärchen macht statt Schoko-Riegel. So, what the fuck? Es gibt nicht mal irgendwie so einen Haribo-Riegel, ne? Er hätte halt den Hans-Riegel rausbringen können. So, das wäre halt ultimativ. Ich finde es generell so crazy wie teilweise, also eine, wo wir gerade beim Süßigkeiten-Thema sind, einer der besten Riegel seit langem, der finde ich auch eher neu ist, vielleicht seit vier, fünf Jahren gibt es den, ist von Knoppers den Riegel, den die dann irgendwann gemacht haben. Also ich habe früher immer in der Schule die gesnackt, stimmt, die, wo wir beim Cafeteria-Thema gehabt, die gab es dann auch noch mal früher, äh, und, äh, die, der Riegel, der Riegel war mega. So, genau, noch sponsert hier und so, aber der Riegel finde ich sehr, sehr lecker, haben so mittlerweile, glaube ich, auch in drei Sorten und, äh, Kokos und die normale. Mehr, viel mehr. Wenn ich, wenn ich, wenn ich dann, wo wir hier schon bei sind, würde ich auch gerne eine, äh, eine Appreciation raushauen hier für einen Schoko-Riegel. Und zwar, äh, hatte ich mir diese Woche das erste Mal Duplo mit weißer Schokolade geholt. Auch sehr, sehr geil. Ja, wenn, es gibt einen Podcast-Mitglied, der hier einmal alle paar Jahre auftaucht, der in der Schulzeit immer, immer Promo dafür gemacht hat, dass weiße Schokolade von irgendwas davon immer, dass, dass das besser schmeckt. So, ob... KitKat Chunky White? Ja, so war es. Oder halt auch so die, wie heißen sie, die, äh, Kinder Bueno in, in weiß, dass die besser... Die gab es damals gar nicht. Die gab es da, die gibt es schon länger. Nein, die gab... Benni, ich schwöre dir bei Gott, dass es damals nicht gab. Ich habe mit ihm ein Gespräch. Wir können... Weiß die Kinder, wir nicht, gab es damals nicht. Dann war das nicht in der Schulzeit. Dann war das vielleicht schon nach der Schulzeit. Aber er hat auf jeden Fall immer auch zu Hause immer gefühlt, das hat mich immer überrascht, weil es mir halt im Kopf geblieben ist. Er mochte weiße Schokolade. Diese weiße Schokolade finde ich aber auch am besten. Ist auch lecker. Weiße Schokobons gibt es auch noch nicht so lange. Ja, stimmt. Die gibt es auch nicht so lange. Weißes Magnum, auch geil. Ja. Und deswegen, aber ja, schreibt uns doch gerne in eure Kommentare, was ist eurer Favourite Schokoriegel? Weiße Snickers ist auch ziemlich geil. Übelste Süßbombe, aber geil. Boah, das ist echt eine interessante Frage. Favourite Schokoriegel. Ja, da machen wir einen extra Podcast. Da machen wir so eine Analyse. Am Ende werden wir auf jeden Fall so einen Taste-Channel. Wir holen uns einfach Gessen und testen das. Oder wir machen das halt in so einem Battle-Format. So, ja, ich setze den weißen Snickers-Riegel und das ist der beste Riegel, weil dann müssen wir den besten Riegel ermitteln. Oder wir machen auf einmal regelmäßig Werbung für einen Schokoriegel. Den wir eigentlich gar nicht mögen. Und der auch keine weiße Schokolade dann am Ende drin hat. So eine richtige Zartbitter-Schokolade. Jetzt müssen wir einfach für jede Folge so einfach einen Riegel immer holen, den im Podcast tasten und dann das auch noch mit einmal. Was hat das mit One Piece zu tun? Gar nichts. Gar nichts. Aber es ist witzig. Jetzt fragen sich die Leute, glaube ich, gerade auch so, what? Wie würde ich jetzt wieder in dieses Wurmloch gefallen? So, wo hat sich die Zeit gefaltet zwischen Sauro und den Riesenpiraten auf einmal? Schokoriegel. Das wäre eine Frage für fucking den SBS oder was sind die Favorite-Süßigkeiten von den Strohüten? Gibt es schon. Sag ich dir, gibt es bestimmt schon. Glaubst du? Ich glaube, es gibt Favorite-Food und sowas. Also bei Chopper wissen wir es. Ja, bei Chopper ist halt Sweets. Ja. Aber ist es nicht bei Chopper sogar Zuckerwatte? Ja, Zuckerwatte, glaube ich, explizit. Aber prinzipiell halt Süßkram mag er halt gerne. Wie würde man das denn nennen? Favorite-Snacks, oder? Ja, Snacks. Snacks wären aber Snacks, ne? Ja. Aber klar. Das fände ich schon eher. Es gibt Favorite-Food gibt es nur. Es gibt nur Food, kein Snacks. Ich glaube, zum Beispiel so ein Zorro wäre halt eher so der Salzstang-Typ und jetzt nicht so der Harigogeni-Berchen-Typ. Ja, der Salzige, ja. Aber die haben da ja in Japan alles Mögliche. Da gibt es ja noch diese Bohnenpaste-Riegeldinger, die man so zu Tee kriegt, die so mega süß sind. So, da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht drauf steht. Die so lila. So lila und ja. Irgendeiner hat safe die Reisbällchen. Genau, Reisbällchen oder diese Mochis, gefüllt halt mit irgendwelchen Fruchtsachen. Wobei ich glaube, Mochi wird auf dem Schiff keiner mehr sehen können nach Wolfgang Island. Ja, oder Ruffy, der immer so grumpy schaut wie auf Warno, als er gesehen hat, dass Tama, es gab doch dieses eine Paneel, wo Tama irgendwas mit Mochi ist und Ruffy nur so böse hinguckt. Wieder Mochi. Das ist ein richtiges Trauma an dieser Spiegelwelt, ey. Ja, aber zu Riesensauro. Ein sehr schönes Paneel, das muss man unterricht lassen. Der Klickzinn, finde ich, emotionale Gesichter zu zeichnen. Also, ob ein shocked anal face oder wie Robin hier. So ein ganz kleines Paneel, wo du merkst, wie diese Lippe dieses kurz vor dem oder während des Weins aussieht. Das finde ich dann doch irgendwie ... Das ist halt so dieser erste Moment der Erleichterung. Man kann es halt fast hören, so dieses so nach dem Motto. Aber man will halt dann nicht zu viel aussprechen. Das Zittern im Gesicht oder so, was man da mitkriegt. Und so was dann durch so ein nicht bewegendes Bild irgendwie zu sehen ist, dann schon cool. Vor allem, es wurde ja durch das ganze Chapter aufgebaut. Man muss ja sagen, dass Robin zumindest in dem Kapitel ja auch so ein bisschen der Protagonist oder die Protagonistin gewesen ist, weil Chaka erzählt das ja alles, die Strohütte reagieren. Und Robin ist ja die, die zum Teil das schon weiß, zum Teil es ergänzt. Und gleichzeitig ja, dafür wird ja Chaka dann von den anderen Strohütten auch nochmal zurechtgewiesen, muss das ja auch alles nochmal durchleben, was da passiert ist auf Uhara. Sei es halt eben der Tod ihrer Mutter oder der Tod von Clover und sämtlichen Bewohnern dort. Oder halt auch Sauru und dass sie dann weggehen musste und dass sie auch der Flucht war. Und das alles halt ist da ja nochmal hochgekommen für sie. Und man hat viele Paneele gehabt, wo man auch das Gefühl hatte, dass sie das mitnimmt. Jedes Mal, wenn Chaka sozusagen einen weiteren Schritt geht, dieses Okay, und das ist Schreckliches passiert, hast du halt auch Robin, die ja den Tränen nahe ist. Und zwar das alles schon verarbeitet hat, aber trotzdem natürlich, ja, irgendwie immer noch das mit sich rumträgt. Und da war es halt einfach sehr schön, dass Oda halt diesen Charakter, der auch, ja, dem wir auch so gefühlskalt und so distanziert und, sag ich mal, so wenig in menschliche Schicksale investiert, kennengelernt haben, dass der dann eben doch diese Momente bekommt, wo wir halt, ja, merken so, okay, nee, der trägt halt, oder sie trägt halt die gleiche Wärme in sich wie halt alle anderen, auch Strohhüte. So, ist auch gerade schön kontrastiert durch unseren Bänder-Talk, wo ja Robin frisch der Crew beigetreten ist und dort nämlich genau dieses Verhalten an den Tag legt, einer sehr distanzierten, abgeklärten Bitch, die auf Alleingänge geht und halt gar nichts zu viel mit den anderen Strohhüten zu tun haben will, nicht mal ihre echten Namen lernen möchte erst mal. Ich bin nur hier, um zu überleben. Ja, genau. Aber auch interessant, dass sie sich einer Bande anschließt, die eigentlich jetzt auch noch nicht so gefährlich ist, dafür, dass sie ja eigentlich top secret sein müsste und eigentlich nur gefühlt im Untergrund unterwegs ist. Ja, aber das, das sind halt genau diese, diese Sachen, so, das, das hat sie jetzt schon immer in sich gehabt, was wir hier halt jetzt sehen, so, nur damals hat sie es halt versteckt, aber innen drin wusste sie halt schon, dass sie, dass sie nicht nur zum Überleben bei den Strohhüten ist, nur konnte sie sich damals wahrscheinlich noch nicht so gut damit abfinden. Und das ist ja der ganze Inis Lobby-Ark dann schlussendlich gewesen, ne? Yes. Wo sie ja nicht nur sozusagen ihre Meinung ändert so nach dem Motto, ich, mir gefällt's hier doch, sondern, ey, mach dir nix vor, dir gefällt's hier von Anfang an und hat es immer gefallen und du lügst dich selbst an. Genau, aber warum? Weil er einen Skypie-Ark eingebaut hat. Ja, klar. Oder hat extra einen Arkt eingebaut, wo wir Robin kennenlernen, sie mit der Strohhutbande vibet und danach ist sie so, ja, okay, die sind mir vielleicht doch ans Herz gewachsen. Ja, genau, genau. Und das, finde ich, das wird kulminiert hier ganz gut, dass du halt diesen Charakter immer weiter durch die Story auftauen siehst, ja, über 600 Kapitel auftauen siehst und jetzt halt endlich, ja, dieses Ugly Crying-Ding ist, was halt Oda einfach sehr, sehr schön macht, was er immer wieder schön macht. Ja, ist aber auch jetzt eine super Überleitung mit auftauen. Ja, er ist auch aufgetaut, er wurde ja von Aokiji in seine Freeze-Time-Capsule eingeschlossen und wir haben ihn danach ja auch nicht gesehen, wie er zerschlagen wurde oder so. Ja, er hat ja scheinbar die Bandagen, weil er logischerweise überall gefrierbrannt hat. Denk ich mal. Ja, ich, wir haben es schon vor dem Podcast besprochen. Ja, und weil er ja auch da im Feuer gefangen war und so. Ja, stimmt, hast du auch recht. Ja, wir haben es ja schon vor dem Podcast besprochen. Also ich bin auch nicht so der Fan davon, dass er jetzt scheinbar ja noch lebt und man ihn vermutlich auf Elbaf dann wieder trifft. So genau weiß man jetzt ja seinen aktuellen Aufenthaltsort nicht, aber es wird ja so ein bisschen impliziert, dass er halt da ist oder da noch ist. Also Vegapunk hat ihn dann ja getroffen, als er dann da vor, wie viele Jahren waren es jetzt, da halt hingereist ist. Und ja, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Klar, es ist irgendwie schön. Ich freue mich jetzt natürlich, wenn Robin ihn dann irgendwann wieder sieht. Und ob man dann mal wieder so eine Robin mit einem kompletten emotionalen Outbreak sieht, wie man sie halt sonst nur einmal im Inis Lobby Arc halt gesehen hat, ob man das bekommt, da bin ich schon gespannt drauf, wie dieses Wiedersehen abläuft. Aber ja, ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ich finde es jetzt auch nicht kacke oder so. Es ist schon okay. Es passt auch irgendwo in die Story rein. Und solange es passt, will ich da auch eigentlich gar nicht großartig widersprechen. Ja, und Robins Flashback wird natürlich ein bisschen dadurch geschmälert, weil der Charakter, der, und das finde ich halt auch wieder sehr, sehr schön, dieser Dude, Sauro, hat Robin ja beigebracht, richtig zu lachen. Das war ja so ein bisschen das, was er oder sie durch ihn gelernt hat. Und dieser Charakter kehrt zurück und wird sie wahrscheinlich auch in der Gegenwart wieder zum Lachen bringen. Was ja auch ein sehr zentraler Theme in One Piece ist, auch mit Joy Boy und so. Und ich finde es auch nicht cool, wenn Charakter, die tot sind, wieder zurückkommen. Let's be real, es hätte es nicht gebraucht. Gleichzeitig war das Setup aber so, dass er ja eingefroren wurde. Und das ganze Cousin auch wieder in ein ganz anderes Licht anpackt. Er hat also seinen Buddy nicht ermordet. Ja, das rechne ich ihm auch an der Stelle dann doch wieder hoch an, dass er auch bereit war, Befehle schon damals nicht auszuführen. Aber um ganz kurz noch mal darauf einzugehen, was du gesagt hast, ich finde halt nicht, dass insgesamt Robins Flashback dadurch geschmälert wurde, wie du es gesagt hast. Ja, es sind statt drei wichtigen Charakteren schon zwei gestorben. Ich führe halt keine Liste. Das mache ich halt. Es ist halt natürlich immer noch eine unfassbar grausame Vergangenheit, die Robin da hatte. Nichts daran, was Robin dort in dem Moment passiert ist. Und es ändert ja nichts an den Emotionen und an der Gefühlswelt, die in dem Moment stattfand. Und das meine ich ja, vorher hatte sie gar keine Hoffnung. Jetzt hat sie zumindest ein Hoffnungsschimmer. Ach gut. Genau, das meine ich ja. Das ist ja per se nicht schlecht. Aber Schmäl hat ja den Flashback dadurch, dass es ja nicht mehr so grausam ist. Was bedeutet denn Schmälern? Dass es nicht so grausam ist. Weil der Flashback ist ja unfassbar grausam. Jetzt ist er weniger grausam. Ja, das ist das andere. Weil Schmälern heißt ja im Endeffekt, dass er halt dadurch negativer ist. Und so Schmälern hat halt schon ein Geschmäcker an sich. Genau, das hängt halt von der Perspektive ab. Also wenn du es aus einer Storytelling-Perspektive betrachtest, würde ich behaupten, ja jetzt so ein Charakter, wo alle dachten, er sei tot. Und auch gerade einem Cusan eine gewisse Komplexität gegeben wurde, dadurch, dass er ja seinen Nakama tötet. Darüber haben wir noch vor ein paar Podcasts erst diskutiert. Wo wir gesagt haben, ey, das ist der Unterschied zwischen Cusan und Akainu. Jetzt wird es wirklich eher so schwarz-weiß einfach gedacht. So diese Graustufe ist ein bisschen weg bei Cusan. Er ist eigentlich ein guter. Und er war es auch immer schon. Im Hinblick auf Cusan stimme ich dir dazu. Und das ist so ein bisschen das, was ich storytechnisch kritisiere und dadurch, dass es so ein bisschen schmälert. Für Robin natürlich, ey, super, dass der Dude am Leben ist. Super, dass der da ist. Das meine ich ja, dieser Hoffnungsschimmer für sie. Ey, nicht alle, die damals auf Ohara verstorben sind, sind verstorben. Und der Dude ist noch da. Und meine Freunde können den auch kennenlernen. Dann, wow, das ist doch toll. Also da, auf dieser persönlichen Ebene zum Charakter, das ist natürlich überragend. Aber ob es das gebraucht hätte, I don't know. Das ist halt die Frage, dieses, hättest das gebraucht, ist halt, finde ich, so eine interessante Aussage, gebraucht für was? Naja, dann hättest du es, mein Gedanke wäre einfach, dann lass ihn doch einfach direkt leben im Flashback. Wenn es das ist. Also hätte Robin wissen sollen, dass er lebt oder hättest du wissen wollen, dass er lebt? Wir als Leser. Robin soll es nicht wissen, aber genau wie Sabo. Sabo wird vermeintlich umgebracht und dann hast du das Panel, wo Robin, äh, wo Dragon jemanden rettet. Aber was ist da dann denn wirklich die Emotion dahinter, wenn du auch noch sagst, okay, ich finde, ich hätte das damals erfahren sollen. Na, es geht halt eher darum, dass Oder einfach, und das kritisieren wir sehr, sehr häufig und generell nicht nur wir, sondern die ganze One-Piece-Fanbase, dass Oder, wenn es um den Tod von Charakteren geht, dann zumindest im Flashback, zumindest im Flashback sicher davon ausgehen kann, dass die Charakter tot sind. Durch diese Aktion nimmt uns Oder selbst das. Sodass man jetzt denkt, ey, es können noch andere vermeintlich tote Flashback-Charaktere jetzt zurückkommen durch diesen Move. Und das ist so ein bisschen das, was ich kritisiere. Das ist halt vielleicht ein Grad an Apathie, weil ich da halt schon viel länger drüber hinweg bin, sodass, äh, auch Flashbacks, klar, es wurde bisher immer so gesagt, dass da alle tot sind, tot sind, aber dann hattest du auch vorher auch schon Sukiyaki, der nicht tot war. Genau, aber den hast du halt, da wurdest du halt auch nur. Ja, haste, hätte, bla, aber im Endeffekt hast du halt schon, also wie gesagt, es ist nicht, um zu sagen, dass du nicht recht hast, sondern einfach nur dieses, ich war da halt von vornherein schon pessimistischer. Also, ich hab schon vor dir aufgehört, daran zu glauben, dass alle, die im Flashback sterben, auch wirklich tot sind. Genau, das meine ich halt, aber wenn ein, und da, finde ich, muss man nochmal differenzieren. Bei einem Sukiyaki wird's einfach behauptet von einem Charakter, bei Sauru hast du's ja literally gesehen. Ja, das ist ja eingefroren. Das ist ein richtiger Moment der Story, dass Robin es beobachtet, wie dieser Dude einfriert und vermeintlich stirbt. Und ich finde, das ist dann so, Bro, warum inszenierst du's uns als tot, wenn er am Ende dann doch überlebt? Naja, weil du's ja für Robin als tot inszenieren musstest. Genau, und jetzt ist's ja gebraucht. Das nimmt's ja wieder weg, weil er ja am Leben ist. Und Kusan ist dadurch auch, finde ich, nicht mehr so komplexer Charakter, wie er es vorher war. Ja, das finde ich halt so seltsam, dieses Wegnehmen. Also, ich seh da halt nix, was weggenommen wurde, weil die Geschichte ist die gleiche geblieben. Der Charakter hat die gleiche Experience als neunjähriges Kind gehabt. Genau, wir reden von Robin, aber jetzt von Kusan, und das meine ich halt so. Kusan ist nicht derselbe Charakter, nachdem jetzt er bewusst sauer am Leben gelassen hat. Ja, klar, die Perspektive auf den Charakter ändert sich. Und wenn dir das halt nicht gefällt, wie der Charakter halt in welchem Licht er jetzt halt rüberkommt, das ist halt was anderes. Naja, aber es schmälert ja dann schon den Flashback, weil du vorher dachtest, ein Charakter wäre komplexer, als er ist, aufgrund der Tatsache, wie es inszeniert wurde. Und dann wird einfach gesagt, ja, den Baustein nehmen wir wieder weg, um diesem Charakter das zu nehmen, was vorher inszeniert wurde. Das ist halt eine Frage von Perspektive, wenn du halt sagst, okay, das macht ihn halt aktiv komplexer, stimme ich dir halt insofern zu, wir haben es ja vor ein paar Podcasts auch besprochen, ich glaube, das war der mit der Cover-Story von Aokiji, wo da aufgetaucht ist. Klar, da hat man halt noch drüber diskutiert, so, aha, okay, der hat damals halt diese Befehle ausgeführt, irgendwann hat er dann sozusagen die Einheit verlassen, führt vielleicht immer noch diese Befehle aus. Jetzt hast du halt, und das meine ich halt, du sagst das so absolut, er hat halt an Komplexität verloren, aber du kannst ja auch genauso das Argument aufmachen, okay, jetzt hast du halt einen Aokiji oder Kusan, der halt schon früher dazu bereit war, eben innerhalb des Systems, in dem er sich befindet, genauso wie Vegapunk, halt schon dafür zu arbeiten, dass es halt besser wird. Und gleichzeitig ist er halt dadurch jetzt in einem anderen Licht, er ist halt jetzt nicht der, der sich sozusagen vielleicht auch auf alle Kosten Itachi-Style, wie bei Naruto halt Blackbeard angeschlossen hat, um dort irgendwie ein Ziel zu erreichen, so Akaino-mäßig, sondern er ist halt vielleicht ein bisschen mehr The Voice of Reason, als eben, wie wir es in dem Podcast angesprochen haben, Charaktere wie Dragon oder Kuma, die bereit sind, einfach ihre Menschlichkeit hinten zu lassen, so Aokiji ist in dem Kontext halt vielleicht jemand, der eben nicht dazu bereit war. Das macht ihn meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, ne, ich will keine absoluten Aussagen hier stellen, nicht weniger komplex, einfach nur in einem anderen Licht. Und das kann man halt mögen oder nicht. Ja, ich stimme dir auf jeden Fall in dem Punkt zu, was du meinst, dass du vielleicht auch einfach vorher aufgegeben hast, dass diese Charakter in der Vergangenheit dann einfach auch wieder leben könnten. Ich war halt, ich gehe halt davon aus, ey, zumindest da ist Oda konsequent irgendwo gewesen. Gingst du aus. Genau, wenn er es zeigt und nicht, wenn irgendwie einfach nur gesagt wird, ja, ja, der ist auch tot, weil da kannst du immer dann ... Du kannst jetzt auch Haarspaltereien anfangen mit, bei Sauro hat man es ja nie gesehen, er wurde ja eingefroren, Punkt. Genau, er wurde eingefroren, das ist genau das Ding. Das ist halt so ein bisschen, was ich jetzt schwierig finde, weil ich mir jetzt einfach denke, so, ja, whatever. Ich auch. Ich glaube, ich bin ganz ehrlich, ich glaube keinen Charakter tot mehr in One Piece. Ja, es nimmt halt so ein bisschen die Emotionalität raus und du kannst jetzt auch sagen, ja, okay, vielleicht kehrt eine Kuina jetzt auch noch zurück oder ein Tom oder so. Das ist halt eine Diskussion, die bin ich bereit zu führen. Genau, und das ist halt wirklich das, wo ich mir halt denke, ja, durch dieses Türchen, was jetzt geöffnet wurde, öffnest du viel, viel mehr Türen. Und das ist halt, ja, da werden wir uns jetzt beobachten und ich glaube, das werden wir auch in zukünftigen Podcasts folgen, wenn irgendwelche Flashbacks kommen, wenn irgendwelche Characters sagen, ja, whatever, wird bestimmt in 400 Chaptern was dann nicht. Aber ich glaube, tief in unserem Herzen wussten wir es doch schon, als Sabo wiederkam, dass jeder wiederkommen konnte. Ja, aber guck mal, das meine ich halt, das ist Inszenierung einfach. Bei Sabo hast du ein Chapter oder zwei Chapter später dieses gehabt, wo sie da beim Schiff waren in dem Dorf von Zorro, wo dann gesagt wird, ey, warum hat der Brandwunden bla? Dadurch war klar, Sabo hat überlebt. Du hast es nicht gesehen. Ruffy dachte, er wäre tot. Aber wir als Leser und Leserin wussten, ey, der Charakter wird wohl wiederkommen. Hier bei Zorro wird dir literally gezeigt, als ja, ey, der wird eingefrohrt. Und klar, da kannst du jetzt argumentativ sagen, ey, natürlich, er hat ihn in eine Zeitkapsel gepackt. So heißt der Move, nehme ich auch als valides Argument. Absolut. Das ist, denke ich, das, was Uda dir jetzt sagen würde. Genau, genau. Aber trotzdem öffnet es die Tür dafür, dass halt jetzt auch andere Charakter, wie Henry jetzt gesagt hat, ey, Kuina kommt jetzt aus dem Grab raus. So, ja, ey, by the way, haben wir dir gesagt, Zorro, dass sie die Treppe runtergefallen hat? Das war in Wirklichkeit fake. In Wirklichkeit haben wir sie ausgebildet als deine Rivale, damit sie am Ende gegen dich kämpft. Ja, aber was war denn im Sarg? Ja, nichts, nichts. Am Ende ist sie wirklich Tashigi oder so. Ja, genau, das am Ende ist sie wirklich Tashigi. Das ist halt so ein bisschen, glaube ich, das, was wehtut. Kuina's lineage-Faktor. Ja, genau. Vegapunk haut raus, Tashigi. Das ist der Twist des Arcs, Alter. Jetzt kommt noch Tashigi dazu. Tashigi ist ein Klon. Deswegen ist Zorro auf dem Schiff geblieben. Genau, deswegen wollte er eigentlich auch in ihm noch was fragen. The plot thickens. Ja, auf jeden Fall. Nee, an sich, klar, es ist ja schön, dass der Charakter wieder da ist aus diesem, in dem Universum selber. Das meine ich ja, die Perspektive oder wie er eine Story schreibt, ist andere Perspektive aus, wie der Charakter im Universum stattfindet. Und wenn wir da wären, ey, super für Robin, dass die jetzt auf Saurow trifft. Und ich freue mich auf den Moment, wenn das passiert. Weil ich glaube, das wird ein sehr, sehr schöner, emotionaler Moment für den Charakter. Aber auch für uns als Leser und Leserin, weil man dann sich denkt, boah, cool. Und vielleicht auch neue Infos. Vielleicht weiß Saurow auch mehr über seinen Namen. Über dieses D, was er hat. Weil, das darf man nicht vergessen, Saurow war der Grund, warum Robin daran interessiert war, herauszufinden, was der Wille der D ist. Und sie hat mit Ruffy ja so, ey, weißt du, was dein Name bedeutet? Ruffy wusste es nicht. Und dann war sie so, ja, whatever. Also, sie ist ja schon daran interessiert, herauszufinden, warum die D-Träger so sind, wie sie sind. Ja, ey, ich bin bereit für Direishi Shishi auf jeden Fall. Seine Signature Lache war das ja immer. Und, ähm, ich bin auch bereit für Kit auf Elbaf, weil für mich ist so 80 Prozent der Mann, der von Flammen geküsst wurde, nämlich Saurow, weil der halt damals auf Ohara, wie gesagt, in den Brand, zwar eingefroren, aber auch gebrannt. Es ist so komisch vielleicht, aber, ja, es ist nicht der Mann mit den Brandwunden, es ist schon der Mann, der vom Feuer geküsst wurde, also wird halt auch sowas wie Gefrierbrand in dem Sinne halt nicht zählen. Glaub's aber trotzdem irgendwie, ich glaub, der wurde da eingefroren und ist danach auch nochmal abgefackelt. Und, äh, wer weiß, in welchem Zustand der sich jetzt überhaupt befindet, ne? Das ist ja so, wie die Vegapunk ihn ja gesehen hat, das war ja vor 22 Jahren. Das war lange her, genau, da hat er einfach nur seine frischen Bandagen gehabt, wer weiß, ob der mittlerweile, sag ich mal, geheilt ist bis zu einem gewissen Grad oder ob das halt einfach Wunden sind, die er jetzt halt auf ewig mit sich rumträgt. Ja, plus, man darf nicht vergessen, so für Riesen sind ja 22 Jahre einfach nix gefühlt. Die sind ja, glaub ich, ich glaub, Heirudin ist 60 oder 70, also der ist ja schon älter und der war ja gerade erst so in seinem, würd ich mal behaupten, in seinen 20er. Aber wie gemein, wenn du als Riese, angenommen, viermal so alt wirst, also viermal langsamer ja alt hast, äh, aber wie gemein wär's, wenn du in dem Kontext dann auch viermal langsamer Wunden heilst? Du hast dir so ein Bein gebrochen, anstatt sechs Monate musst du ja irgendwie drei Jahre oder so mit so einem gebrochenen Bein rumlaufen, bis das dann irgendwie wieder verwachsen ist oder so. Das wär an sich, und das wär doch ein cooler Twist, weil die Riesen werden ja diese ultimative Macht, die haben die größte Armee ever und whatever dargestellt. Ja, aber was, wenn die Wunden kriegen und das einfach doppelt so lange dauert, die zu heilen? Die sind zwar mega robust, die Leute, aber Regeneration ist dann halt ... Und das wär halt, das wär okay, wenn Riesen gegen Riesen kämpfen würden, weil, ne, das ist halt so wie Menschen gegen Menschen kämpfen, so, die brauchen alle gleich lang zum Regenerieren. Es wär halt ein Nerf, es wär halt ein Nerf für diese Charakter und das ist ja, find ich, an sich ein cooler Twist, weil es wird den, es wird sie nicht unbesiegbar machen. Es wird sie halt, wenn du schaffst, einen Riesen zu besiegen, hast du den auch erst mal länger ausgeschaltet. So, wo naht, wo naht, wo naht. Äh, wie gesagt, Sauro, ich bin ready, auf jeden Fall. Ist für mich auf der Skala von den Fake-Out-Tonen zumindest nicht ganz oben, da fand ich, äh, Peru immer noch ganz oben, äh, bis heute geschlagen. Da ist der neu gestartet. Ja, ja. Das ist so, der OG Fake-Death-In-One-Piece. Der und Spendam. Der wird immer als Beispiel jetzt gemessen. Spendam ist aber genauso schlimm, finde ich, wenn man es sich überlegt, weil der halt einfach, der wurde halt eingeklappt von Robin, so, der hat das komplette Rückgrat zerbrochen bekommen, dass der überhaupt nicht nur lebt, sondern auch aufrichtig durch die Gegend läuft. Also Frankie wurde von einem Seezug überfahren. Ja, aber er ist ein Cyborg. Ja, aber du wurdest überfahren. Ja, da habe ich ein Schiff gefunden und mich zusammen. Bro, du wurdest von einem Seezug überfahren. Wir haben ihn gefunden, wir haben ihn wieder aufgebaut. Schneller, stärker. mächtiger Robocop. Das ist es halt im Endeffekt. Du weißt, ja und nee, Spendam musstest du nicht mal wieder zusammenbauen. Der hat vielleicht noch eine Metallplatte bekommen oder so. Ja, ganz ehrlich, Spendam sieht mehr bearbeitet aus, nachdem ihn Frankie verprügelt hat, als Frankie, der von einem Seezug überfahren wurde. Franky hat nur eine Nase aus Metall. Der hat eine Metallnase bekommen, so. Und sein Kinn ist ja dann so dicke Popeye-Arme. Ja, die hat er sich ja dann wach. Nee, das ist alles Body Modification. Der muss ja nicht so groß sein. Du hast ihn ja früher gesehen. Er ist einfach aus Witz so groß. Ich muss sagen, ich finde, Frankie, damals war es so gefühlt mein least favorite Strohhut. Aber seitdem er immer mehr von diesen Bro-Momenten mit der Bande hat und immer als großer Bruder so ein bisschen agiert für viele, ist er mir dann doch irgendwie mehr ans Herz gewachsen. Auch wenn ich, finde ich, immer noch ein bisschen so sein vorheriges Design irgendwie mehr feier als den Ami abklatscht, den wir da teilweise von ihm bekommen haben irgendwie. Ja, er ist halt jetzt noch mal so ein bisschen uniker irgendwie. Das ist auf jeden Fall. Weil er halt schön in diese Gruppenfotos besser reinpasst. Ja, plus die Haarfunktion. Das, muss ich sagen, ist der beste Joke, den Broda seit langem hat, auch im Timeskip, dass er einfach in jedem Arc einfach eine andere Frise dann trägt. Ja, aber alle anderen Charakter kriegen Hüte. Der ist halt der Einzige, der halt immer Haare nimmt. Ja, aber auch damals mit der Baum-, mit der Wahlfrisur. Ja, klar. Oder jetzt auch hier. Ich finde, das sieht krass, krass albern aus. Das ist jetzt nicht so eine Frisur, aber einfach dieses Drehteil zum, zum Spielzeug starten, was er jetzt auf den Kopf trägt, das halt irgendwie passt. Ja, stimmt. Genau. Das Aufziehschlüssel. Der ist ja auch der Einzige. Das ist halt so, wir, auch so geil, VR-Punk erzählt so, ja, wir hatten, äh, eben meine Theorie ist, dass das antike Königreich von 900 Jahren existiert hat und bereits eine megakrasse Technologie hat. dann kamen die 20 Nationen, haben einen Krieg dagegen geführt, sich zur Weltregierung zusammengeschlossen und alle, äh, Spuren dieser antiken, äh, Geschichte sozusagen verwischt und alle sind so, oh nein, oh nein. Und Frankie so, oh yes. So wirklich so als Romance. Ja, ja, so alle sind so, oh, wie schrecklich, wie schlimm. Und Frankie so, tell me more, slight boner. So, das ist halt nichts. Wurde da auch jemand von einem Zug überfahren? Ja, genau, so er war halt direkt so, so als Einziger so fasziniert von den ganzen schrecklichen Ereignissen, die die da mitbekommen haben. Ja, aber ohne Witz, von den ganzen jetzt, wo man, von den Strohhüten, von der, was, klar, dieses ganze Emotionale, wen sie verloren haben, da hat jeder irgendeine tragische Story, aber in der Vergangenheit von dem, was physisch einem Charakter passiert ist, ist doch Frankie neben Sanji mit dem, dass er da am Verhungern war, schon das Brutalste, oder was einem Strohhut angeht. Wobei, Chopper hat auch viel abbekommen. Kommt davon, wie du Brooks siehst. Genau, Brooks ist gestorben. Der hat seinen ganzen Körper verloren. Ja. Aber ich würde mal behaupten, es ist, ja, es ist halt schwierig, weil über Tod und so, wenn man es nicht erlebt hat, ist es schwierig, darüber zu reden, wie es ist, dass Brooke da halt gestorben ist, hatte der Schmerzen, weil Frankie wurde von einem Sehzug überfahren. Ja, aber wie ist es denn dann, zu deinem verrotteten Körper zurückzukommen und den vor dir zu sehen? Na klar, es ist halt auf einer anderen Art und Weise weird. In Real Life grausam, in einem Manga ist halt ein Skelett. Aber klar, was sage ich mal, es gibt ja die, ich weiß gar nicht mehr, wie die Skala heißt, es gibt doch die Pain-Skala bei uns in der echten Welt. Ich glaube, da ist schon Frankie von den Strohhütten mit ganz weit oben, was zumindest den momentaren körperlichen Schmerz pro Sekunde angegangen ist. Ja, der war ja danach noch am Leben. Ja, ja. Der war ja noch am Leben, nachdem er vom Zug überfahren hat. Und hat da irgendwo im Wasser rumgeschippert. Deswegen so, der hat schon richtig aufs Maul bekommen. Aber Chopper auch, ne, stimmt, dem wurde ein Horn abgebrochen. Der war ja auch voll Blutüberströmter, als er diesen Pilz da hat. Ja, aber das sind halt, das ist verprügelt werden. Das ist halt so, ne, das siehst du tagtäglich. Vom Seezug überfahren werden, Level, aber Ja, oder halt verhungern. Oder hat uns ja nie Frankie gezeigt, wie er literally die paar Sekunden, nachdem er überfahren wurde, aussah. Und ich glaube, das werden wir auch nie in der Story zu sehen bekommen. Das ist schon ziemlich hardcore auf jeden Fall. Ja, aber insgesamt finde ich ganz cool, dass wir zum einen in dem Kapitel nochmal die Zusammenfassung bekommen haben. Was ging denn da jetzt nochmal genau? in vor 800 Jahren? Was ist das antike Königreich? Was ist das verlorene Jahrhundert? Das sind ja alles so Wörter, die zum Teil nur einmal gedroppt wurden und dann nie wieder. Insofern finde ich schön, dass wir hier nochmal nach 800.000 Chaptern irgendwie nochmal eine Aufklärung bekommen haben. Schöner Recap einfach nochmal. Leute, das wird wichtig für die nächsten 200 Chapter. Das müsst ihr nochmal wissen. Also du musst nicht Ohara nochmal lesen. Ich gebe dir hier gerade die wichtigsten Informationen. Und dann bin ich auch direkt dabei, weil das ist halt für mich genau wie du sagst der große Ausschlagpunkt. Es wird relevant in den nächsten Kapiteln und Bänden und in der Zukunft. Und das erfüllt mich dann wieder mit großer, großer Freude. Denn das der Mantel des Schweigens, der über die Vergangenheit gebreitet wurde, wird langsam gelüftet. Das finde ich schon ziemlich Ich warte auf den Moment, wenn Raffi den Gorosai den Namen vom antiken König. Oder wenn Robin, vielleicht ist Robin die, die verkündet, den Livestream macht und der Welt den Namen verkünden wird. Weil das wird ja, glaube ich, schon das, was Ohara, was damals passiert ist, das wird ja reversed. Sodass es nochmal zu einer ähnlichen Situation kommen wird und dann aber das genamedroppt wird, die Wahrheit ans Licht kommt, alle erfahren werden, was die Gorosai, was Imu, was, ja, da halt passiert ist sozusagen. Es wird ja nicht nur fünf Charaktere werden, das wissen, das wird ja wahrscheinlich schon irgendwie übertragen. So. Und das, da freue ich mich irgendwie drauf, weil ich glaube, das wird diese ganze, das wird das Erfüllen von diesem Willen von Ohara, der hier gedroppt wird. Weil auch da oder wieder auf so einer Meta-Ebene so, ja, der Wille, selbst eine Insel kann einen Willen haben und das, was da passiert ist. Ja, also, das ist für mich auch das Coolste an der Geschichte, so viel halt dieses verlorene Jahrhundert versucht wurde, äh, ausradiert zu werden. Und ja, äh, ich habe vorher mich noch drüber beschwert, dass ich das halt so ein bisschen schlampig Arbeit von empfinde, aber als Allegorie funktioniert es natürlich wunderbar, dass du halt vor 800 Jahren einmal die Phase hattest, wo es dir in Anführungszeichen gelungen ist, alles auszulöschen und jetzt, diesmal wird es ihnen halt nicht gelingen, weil das ist es ja, was wir hier ganz fest versprochen bekommen haben. die Bücher haben überlebt, auf Elbaf ist die große Bibliothek, äh, jetzt ist halt dann wirklich nur die Frage, ist es Egghead oder ist es Elbaf, was als nächstes entweder von einem Buster Call oder von Uranus, äh, angepeilt wird. Äh, weil eins von beiden wird passieren. Ich glaube, die Weltregierung wird noch weiter reagieren, als einfach nur ihren CP0-Agenten zu sagen, ja, hier Vegapunk, bla bla. Vor allem wissen wir theoretisch immer noch nicht den Grund, warum die jetzt Vegapunk auslöschen wollen. Er hat es hier ja nur gesagt, äh, wenn ihr davon erfahrt, wenn ihr darüber redet, bla bla, werdet ihr ausgelöscht. Aber, ähm, was hat Vegapunk denn genau getan? So, wo hat er durchscheinen lassen, dass er halt, äh, mehr davon weiß oder mehr dafür tut, damit es ins Licht kommt? Es gibt ja auch eine These, dass einer der sechs Satelliten ihn vielleicht hintergangen hat, so, dass Vegapunk einfach gegen sich selber arbeitet. Das ist ja natürlich bitter. So, ich will der OG Vegapunk sein und dann, aber weiß ich halt nicht, keine Ahnung, wäre halt spannend herauszufinden, wie ein Genie wie Vegapunk es dann raussickern lässt. Na, weil das, das glaube ich halt einfach nicht. Ich glaube nicht, dass dieser Charakter so dumm ist oder das nicht mit durchdacht hat irgendwie, dass das auffliegen kann. Was soll auffliegen? Er arbeitet doch gar nicht für die Revolutionäre. Kuma macht doch seinen Job. Ja. Was habt ihr gegen Kuma? Ihr habt doch eine Pazifister-Armee. So, ja, so, was weiß ich, wo der vor drei Jahren war und warum der Log da gelöscht wurde, äh, beim GPS, auf welcher Insel er wieso war. Keine Ahnung, was fragt ihr mich? was? Ja, keine Ahnung, warum die Pazifister da immer auf Baltigo teilweise waren und warum wir da so mehrere hatten, die, weiß ich nicht, vielleicht hat die irgendwer da hingeschickt. Ich war das auf jeden Fall nicht. Auf der Festplatte ist ein Ordner namens Dragonsgraben nicht anfassen? Nein, das ist ein anderer Dragon. Ja, 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 das ist der auf Pankazard, den ich da hatte. Dieser Holo-Drache, seht ihr den nicht hier auf Eckert umfiegt? Von dem habe ich Fotos gemacht, die habe ich da, ja, ich hatte keinen Speicher mehr, deswegen habe ich die Festplatte der Pazifister genommen, die sind super Datenspeicher. Und da ist Dragon dann das nächste Mal dann da drauf guckt, wundert er sich, Vegapunk, warum heißt dieser Ordner jetzt Sexy-Dragon-Fotos? Ja, ich musste halt deine Ausrede mir überlegen. Ja, die sind mir hinterhergekommen, so, ja, es ist fast alle unsere Geheimnisse sind aufgeflogen, deswegen, ich habe eine neue Schutzmaßnahme genommen. Ja, bis dann nämlich die große Tag kommt, verklickt oder so und dann wird das die falsche Cloud hochgeladen, die Fotos. Und dann auf einmal so ein Goro und sagt, ey, was ist das denn für ein Bild hier? Sexy-Dragon? Ja, das ist halt wirklich so ein Dragon, der, das ist die Bezahlung an Vegapunk, dass Dragon einfach so oberkörperfreie Fotos von sich an Vegapunk schickt. Ein Bizeps, der den Krieg beenden kann. stellen wir gerade richtig die Szene vor mit dieser Hiraya-Musik, die immer kam. Ich glaube, du hast sie im Ohrweg. Ja, dieses Saxophon. Genau, ja, ja. Ich sag, und dann haben wir nämlich Frieden, dann läuft das. Weil Dragon sich ausgezogen hat. Genau. Megapunk, deswegen hat er seine Armee bekommen. Am Ende läuft das genau wie bei South Park bei der Folge, wo die, wo die Leute aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist sind, um Arbeit zu finden und die Leute sich dann überlegt haben, aha, es gibt nur einen Weg, wie wir die Leute aus der Zukunft davor verhindern können, dass sie zu uns in die Vergangenheit kommen. Wir müssen aufhören, Kinder zu machen und dann haben sie einen riesigen nackten Männerberg gemacht, sagen, wir müssen das jetzt alle so durchziehen und genauso endet ein fieser Minder. Manchmal die South Park-Idee, überragend. Ach ja, aber. All-Time-Favorite-Folge war da eine Empfehlung Spiel und Spaß mit Waffen, das ist die Folge, wo sie sich irgendwo da einfach diese Ninja-Waffen holen und dann so wie so ein Anime werden und dann ich mit meinen Tänker Takanawa Wurfstern und dann Butters, oh nein, wir müssen ihn als Hund verkleiden und damit wir ihn zum Tierarzt bringen, damit wir ihn behandeln können. Ich weiß nur, dass da so ein Song auch im Deutschen die ganze Zeit lief wie Ja, die haben ja so eine richtige Kampfsequenz gehabt, also das war ja der Joke, die haben dann so sich immer als Anime-Charaktere dann irgendwie vorgestellt und dann kam die Kampfsequenz, die so richtig episch aussah und dann hast du einfach gesehen, so in Real Life sind es einfach so Kinder, die in so einem Garten gegeneinander irgendwie mit so Waffen rumfuchteln. Ich kann ja nur daran erinnern, dass in diesem Song halt irgendwo der Satz gefallen ist, irgendwie so Dogo Kabadongo schützt deinen Sack oder so was. Ja, stimmt, das hat richtige deutsche Lyrics. Da muss ich bis heute halt voll lachen. Und auch, da war auch, da zieht sich doch Cartman dann auch komplett nackt aus, also ja, ich bin unsichtbar. Ballrock ist unsichtbar. Dann geht er halt auf so eine Bühne und dann ja. Warum ist der fette Junge nackt? Ach ja. Gute Folge. Super, auf jeden Fall. Gute Folge, gutes Chapter, guter Podcast, geile Boys. Yes. Was soll man da sonst was sagen? Die super, super sweeten Boys. Ihr habt jetzt so die zweite Form erreicht, so anstatt digitiert. Ja. Ja, und spicige Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir hier auch haben. Auf jeden Fall. Nice, dass ihr hier noch dabei wart bei unserem Rambling. Safe. Aber hey, es lässt den Kopf hier rotieren, in so einem Chapter, muss man sagen, es ist immer noch jedes Mal ein Fest, wenn Wörter wie Antikes Königreich oder Verlorenes Jahrhundert bei One Piece fallen. Das Schöne ist, nächste Woche geht es weiter. Yes. Und mal schauen, was da so abgeht. Wir sehen ja, wie die Strohütte noch in einen mysteriösen weiteren Raum gezerrt werden. Yes. Das ist ein Part von denen. Das wird Vegapunking. Ach so. Du wolltest du die, 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 der Abspann machen, sozusagen. Das wird passieren. Wie geht das nächste Woche? Weiter. All das und viel mehr in der nächsten Woche bei Romance Dusk. Wer braucht schon einen Jingle, wenn wir es einfach mit dem Mund machen können? Genau, da kommt einfach dieses One Piece to be continued. To be continued. Ja gut. Ja. Genau, nächste Woche geht es dann hoffentlich weiter mit dem echten Vegapunk, der mit Bonnie ein paar Worte hoffentlich wechselt. Mal sehen. Ich hoffe, dass der andere Vegapunk, der Shaka, den keine unständigen Dragon Builder zeigt, was auch immer er davor hat. Oh, wartet, wartet, das ist nicht das, was ich euch zeigen wollte. Der falsche Dragon Ordner, da haben wir wieder die Verwechslung. Genau, der falsche Ordner. Schon wieder der falsche Ordner. Ich glaube aber auch, das hatten wir vor dem Podcast, glaube ich, gesagt, oder im Podcast, dass die CP0 noch irgendwie wahrscheinlich vielleicht auf Egghead ankommen wird, also dass wir irgendwie die Konflikte haben, weil das haben wir im letzten Chapter schon gesagt, dass irgendwie ja langsam Probleme kommen müssen. noch läuft alles gut, noch ist alles toll und schön, aber die CP0-Winkeln, die werden es irgendwie probieren. Sobald oder nichts Neues mehr zu erzählen, beziehungsweise sobald er entscheidet, dass wir Schweine genug gefressen haben, dann wird er den Hahn wieder zudrehen und uns in Kämpfe verwickeln, die nicht so toll sind wie Story Dumps. Das kann der Mann nämlich immer noch am besten. Absolut. Und das zeigt wieder, was für eine schöne Welt er gebaut hat, dass halt diese Reveals selbst, die sind so Jahre alt schon, dass die uns trotzdem immer noch überraschen und cool sind. Daher, nächste Woche geht's weiter, keine Pause und dann würde ich einfach sagen, wir hören uns. Und Sword, vergiss Sword nicht, die können auch noch kommen. Du hast gerade nur CP0 erwähnt. Die Schwertmenschen, stimmt. Die Swordmenschen. Schild und Schwert. Und mein persönlicher Call, sage ich jetzt einfach, nächstes Chapter sehen wir Elbuff und Kit. Das ist der letzte von denen, die wir gesehen haben, die noch nicht gesehen wurden. Stimmt, Kit haben wir noch nicht Law, haben wir gesehen, ne? Ich kann mir vorstellen, dass wir Kit noch sehen. Einmal sehen wir den noch. Das wird der Antagonist des Arcs. Einfach, Kit. Er braucht schon Kizaru. Vielleicht sehen wir ihn nicht auf Elbuff, aber wir sehen ihn irgendwie unterwegs und wer weiß, vielleicht wird er dann. Er ist noch am Leben. Ich weiß jetzt, wo das vierte Roadporniglyph ist. Ja, genau, genau, genau. Aber da wird es ja vermutlich sein. Wie gut wird es denn passen? Jetzt mal kurz, Roadporniglyph bei Sauru auf Elbuff in der Bibliothek von Ohara. Ey, es wäre juicy. Es wäre sehr einfach. So, oh nein, wo ist es? Ach so, da. Da, wo alle anderen Infos auch sind. Aber auf der anderen Seite macht es ja auch Sinn, das irgendwie zusammenzuraffen. Who knows. Aber bevor wir noch einen neuen Podcast starten, können wir gerne, die finale Saga ist überragend oder das Pacing-Moment ist echt super. Wir hören uns nächste Woche und bis dann. Tüdelü. Ciao. Tschüss, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020